Jawoll, das ist dann mal wieder live. Mahlzeit. Ja, ich habe gehört, heute machen wir überwiegend Deutsch. We'll of course do a bit of English if required, but it's a German series, German team, so I think it's fair. To do a German stream. Ja, doch. Ich glaube, wir haben in dem Bob Roulette hier Niklas und ich ein bisschen Glück gehabt mit dem ersten. Nee, aber auch sonst alles gut. Bin die Woche alleine hier mit dem Hund. Meine Freundin ist auf Dienstreise. Darum alles entspannt. Und bei euch, was los? Was machen Sachen? Ah, ich sehe schon, ich brauche einen Friseur dringend, beziehungsweise ich muss mich mal wieder selber scheren. Na, Micha, ich hoffe, du bist happy. Wenn du jetzt nicht happy bist, Micha. Ja. Ja, ja, mit Hund allein ist auch entspannt. Wie ist ein Grippe? Klingt nach Corona, wenn du mich fragst. Ja, ich glaube, ein neues Bob war sehr, ja, das war nicht notwendig, absolut. Still need some fine tuning, I guess, but already better than before. Ja, ist ja gut, Micha. Ich habe schon gesagt, überwiegend Deutsch, überwiegend Deutsch heute. Ja, auch mal was zurückgeben an die anderen. Ist ja auch deutsche Serie, deutsches Team, alles, alles deutsch. Doch mal schauen, machen wir es mal so, ha? Ja, aber ich werde Englisch inzwischen, wenn jemand braucht etwas, aber die Majority ist German heute. Ich werde eigentlich pin das. Ja, okay. Ja, ist dumm gelaufen dann. Ja, da müssen wir auch noch was korrigieren hier. So, das pinnen wir jetzt mal. Ich würde es pinnen, aber da. So, das spielen die hier ab. Das ist auch eigenartig. Ah, das ist doch gut. Well, it's not LFM tonight, it's Rennwelten. I think they look at what LFM does, but I don't think the BOP is the same. Just similar. But, yeah, generally, I think custom BOP was needed, some fine tuning left to do, but I think we'll get there. Ja, Michael, das ist die Rennwelten-Data-Lab-Irgendwas-Serie. Wir haben zwei Sprintrennen. Und beide mit Fahrerwechsel. Und das zweite ist Reverse-Grid. Also, da geht was. Ja, Herr Frank, du kannst ja auch nochmal erklären, einfach. Für alle. Dann pinne ich das auch noch. Kann ich mehrere Nachrichten pinnen, dann pinne ich das auch noch. Oder so. Nee, meine Datapacks sind wichtiger. Aber ich kann es in die Videodescription noch schreiben oder so. Nee, also zwei Sprintrennen, beide mit Fahrerwechsel. Zweites Rennen, Reverse-Grid. Einmal dürfen wir tanken und Reifen wechseln, einmal nicht. Das sind die Regeln. Ah, Maurice erklärt es nochmal. Ja, Matze on track, hello. Ich schalte mal die anderen Jungs dazu hier, ne. Ihr seid dann jetzt auch live und bis zum Bescheid. Guten Tag, zum Glück bist du nicht eine Minute früher gekommen. Was war? Ja, ne. PB, sagst du. Nee, nee. Ja, okay, ich sag's nicht. Ja, bitte nicht. Ja, Essen. Essen might be OP. Ich weiß nicht, YouTube kann auf Deutsch gar nicht filtern, ne. Können wir ja auch sind. Sir, Ron, Erd. Nein, noch nicht. Aber muss ich mal reinquetschen die Tage. Ich stehe auch noch auf Deutsch machen. Wir haben ein bisschen vorbereitet. Wir sind ein bisschen vorbereitet. Wir haben, ich glaube Niklas und ich haben jeder eine Stunde gefahren oder so. Vielleicht anderthalb. Essen ist nicht so schwierig vom Setup. Soll ich vieles rein? Später nochmal ein paar mehr Discord-Channels erstellen? Oder quetschen wir uns alle in einen rein? Hier sind ja vier eigentlich. Achso, ja, stimmt. Passt ja theoretisch. Also, ich glaube, ich glaube, ich bin der Meta-Car-Driver. Also, ich glaube, ich glaube, die Porsche ist der neigste. Overall, like the most complete, the most close to real with a proper set. Feels, yeah, no, very enjoyable. Obviously, BMW is fine when it has a good Bob. Hey, Ventsy. Now, already said we're gonna do primarily German today. But yeah, just shoot, I'll answer. Ja, ich glaube, jetzt warten wir eigentlich noch. Um halb kommt ja dann der Server. Und bis dahin, weiß ich nicht, wir können ja hier... Kann ich das streamen hier? Weiß ich gar nicht. Ah, Niklas mit meinem Set. Ja, aber da ist die Zeit doch, Niklas. Außer im Mittelsektor. Dafür hast du den letzten verbessert. Okay. Oh, the 992 Porsche ist schon wieder weg. Das war eine gute Translation, ich glaube, von Google. We can, uh, we could have a look at the car, potentially. Yeah. Oh, I didn't drive in this session so far. Okay. 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 Ich glaube, es war minus 40 Kilo, it's a little strong. Oder konntest du mit dem Setup eine 4 fahren? Ja, ich habe schon einmal mit Niklas Auto geteilt. Ich bin mit dem 5 fahren. Aber jetzt mit dem ersten und mit UOL das erste Mal auf jeden Fall. Das war schon für die Kilo soffene Elefants. Ja, du, du willst überhaupt nicht wissen, wie die Laptimes ist, Luke. Du willst überhaupt nicht wissen. Äh, soll ich das schon mal mit rüber holen, oder soll ich erstmal drüben... Er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Ich habe den schon beschrieben, der ist auch schon hier auf dem Discord, du wolltest nur nochmal so ein bisschen fahren. Okay. Ja, ich gehe trotzdem mal rüber. Aber... Ja, okay. Wer macht das? Viel Spaß, Basti. Ich komme wieder. Achso. Spitt. Boah. Na ja, also meine beste Runde eben gerade waren jetzt eine tiefe 5 gewesen. Aber ich habe den ersten Sektor komplett verkackt und da lagen noch 1,2 Zehnte. Ja, Micha, die Season ist ja jetzt vorbei, Micha. Mit SRO und so. Und jetzt müssen wir natürlich weiter Content liefern. Ein bisschen streamen und so. Und, äh, die haben so viele Fahrer da bei UOL, da kann man ja mal was machen. Wir haben ja auch ewig hier schon diese Split-Livery haben wir ja auch schon lange auf BMW und Mercedes. Wir haben sie noch nie so richtig genutzt. Insofern, machen wir das jetzt mal. Ja, Niklas zu in Quali. I don't know. 51 A would be a stretch. I think we're very strong in the race, though. Ja, Delivery geht, gell? Finde ich eigentlich auch. Ich habe jetzt auch gerade die Grafik aufgedreht. Oh. Hier ist was faul. Was ist mit ihm? Die haben sowas vergessen. Bei dem Kollegen. Ich habe die Grafik gerade mal ein bisschen hochgedreht. Jetzt sehen auch die Lichter hier gescheit aus. Das ist deine Quali. Luke. Das ist gut. Wir hatten 25 C. Ja. Okay. Ja. Hier fehlen sie auch. Also hier ist etwas anderes im Argen. Hier auch. Alles Profis. Auch gleich die Fehlern mitgenommen. Wäre jetzt vielleicht doch mal ganz gut zu wissen, wo jetzt hier irgendwie das Passwort mal gepostet wird. Oder wann? Ah, ich glaube Niklas stream gleich. Er macht bestimmt gleich eins. Wird schon gepostet. Achso. Und das ist in meiner WRC. Alles groß. Danke, Lotte. Kein Problem. Ja, nee. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das gibt. Ich glaube, wir stehen ganz gut da mit dem Essen. Ja, aber ich finde, der macht auch Bock zu fahren. Also das habe ich vorhin auch schon ziemlich gesagt. Ich finde, der macht Bock zu fahren, aber ich weiß halt nur nicht, wie der jetzt so im Long Run wird. Und da habe ich nicht allzu viel jetzt gemacht. Ich finde, heute bin ich ein LFM reingefahren. Aber es war halt 26 Grad und ich habe das Quali Setup genommen. Ja, das ist schlecht. Mit Max Carcer. Mit Max Carcer. Mit Max Carcer. Aber ist das sowieso scheiße, Max Carcer in dem Porsche, weil der ja nicht so viel Roll vorne hat. Ich glaube, der braucht den Sturz halt gar nicht, den du kriegst. Das Gefühl habe ich immer. Das Gefühl habe ich immer. Ja, ich habe es aber hoch gemacht. Ja. Ja, es gibt dann Widerstand in der Lenkung, aber ich glaube, es ist auch früher Schluss. Gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich habe das auch schneller gewesen. Vielleicht fahre ich auch noch mal eine Runde, bevor wir ins Rennen gehen. Ja. Ach. Nils, also Klinken-Clausel bist du hier? Ach so, Klinken-Clausel. Ne, Klinken-Clausel ist voll mute. Der Goat. Ja, ich bin sehr ernst. Dann kann Nils, also Linkmüller, schon mal Rauchschwein und schon mal einen guten Boxenplatz sehen. Währenddessen ich mich hier fürs Quali-Warm fahre. Das machen wir mal aus hier jetzt. Du fährst die ganze Runde TC1. Ja, TC1. Und Halsschmacher ist TC auch. Kriss. 2er ABS und 47.2 Blancs-Warm-Satty. Blancs-Warm-Satty auch noch weiter hinten probiert, aber das ist dann irgendwann ab, wenn man gegen die Kalerie bis oben geht. Ja, ich fähr 6.6. Naja, 46.6 hat die Zondern auch ganz viel gehabt, aber nicht 47.2 drin war dann geiler. Wenn es der da dann recht hat, dass ich jemand auch. Hey, Johann. 31 Grad Luft. So, die Serie Sauron. Das ist also, es ist Rennwelten. Das ist einfach so ein, ja, deutscher Organizer. Ist auch gar nicht so klein. Und die Serie ist zwei Sprintrennen. Beide mit Fahrerwechsel. Und das zweite Rennen mit Reverse Grid. Im ersten Rennen dürfen wir Reifen wechseln und tanken. Im zweiten Rennen müssen wir durchfahren. Mit einer Füllung und einem Reifen. Achso, Reifen-Sets sind auch noch limitiert. Wir haben im ersten Rennen, inklusive Practice und Quali, haben wir vier Sets. Und im zweiten Rennen haben wir nur ein Set. Aber da gibt es ja auch keine Quali. Also, ja. Ah, Johann, das ist sehr gut zu hören. Und es sollte auch ein Hint für alle anderen kaufen. Aber ja, danke. Es ist... Es ist großartig hier. 100 Liter Lasse, oder was machst du da? Pass. 80. Ich wünsch, das wär so. Ja, Tom ist super. Es freut mich halt wirklich, ne? Weil... Ich denke... Wenn ich schon so viel davon rede, ne? Dann muss das ja auch so ankommen. Bei den anderen. Und die Setups sollen sich ja auch wirklich unterscheiden. Von Go und Heimo oder so. Also, wenn ihr das dann auch gut findet, das freut mich. Ja, aber ich hab ja Tipps reingeschrieben, wie man das nochmal so ein bisschen ändern kann. Die... Vor allem beim Porsche so vorne, die... Die vordere... Der vordere Stubby. Damit hat man... Kann man so richtig viel machen. Ja, der Aston geht... Der Aston geht richtig hier mit. Minus 40 Kilo. Das ist ne Waffe. Möchtest du vorbei? Nö, ich guck mir das mal an. Ich will mal ein bisschen blind fahren. Muss ich ja später auch... Ah, sorry. Nö, ne, ne. Ich, äh... Ich will mal ein bisschen blind fahren. Renni, hast du das noch nicht verloren? Ja. Hallo. Hallo. Hallo? Ja. Nils. Nils kannst du dann auf dem Server fahren. Ja. Nils kannst du dann auf dem Server fahren. Ja. Ja. Wir haben ihn bereit gesetzt. So. Muss man den ganzen... Praktischen Pferd nicht überreden. Ja, aber... Vorne stehen. Naja, deswegen soll ja Nils schon mal... Also, ich krieg damit linken wir doch nicht mehr. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war... Was fährst du da jetzt? Oh, Junge. Ich bin kein Meter gefangen. Naja, UOL... Wir sind quasi drei UOL-Teams und ein Mauer. Ich schreibe dann 25. Ja, dann falle ich mal hier. Aber so, dann wäre es egal. Aber das ist ein bisschen objektiv. Und dann kannst du dich noch anziehen. Dann musst du aber gleich auf dem Server gehen und das nicht practice fahren. Ja. Ich fahr jetzt kurz, es geht mit 10 Minuten. Naja, nicht gut, ich fahr jetzt mal. Ich fahr jetzt mal. Ich fahr jetzt mal. Nein, nee, lass ihn mal auf. Ach so. Äh, haben wir noch nicht drin, dass man alles auf einmal runterladen kann. Kommt noch. Bisher muss man gerade einzeln. Also du fährst ja auch nur eine Strecke einzeln, nicht alle auf einmal. Machen. Ja. Eine Frage für heute. Freut, wieviel Liter am Quali im Essen? Ja. Also das Quali geht 15 Minuten, das macht sonst zwei Runs zu fahren. Dürften wir RTG machen? Oh. Da wird unser Teamchef ganz sicher, weil, äh, Scheibe ist. Heute bin ich Fahrer tatsächlich. Aber wir haben alle das Regelwerk gelesen, weil wir alle bauwürftliche Fahrer sind. Also. Ja, weiß das jeder von uns, ne? Ja, New Yorks meint es jetzt ganz sicher eine Powerpoint-Präsentation geben. Oh, was? RTG ist nicht erlaubt. RTG ist nicht erlaubt. Das ist doof. Ja. Dann würde ich 15 Liter mitnehmen, dass du eine Outlip hast, eine langsame, zwei schnelle und eine. Ah, Return to Garage nicht erlaubt, okay. Da ist doch noch 13 Meter gefahren, da habe ich zwei schnelle Runden und sie kann dazu keine Luxe fahren. Aber die erste ist ja keine wirklich schneller, oder? Der muss ja die zweite nehmen. Genau, hier der Liga-Admin sagt gerade, kein RTG, ne? Ja. Ach, das ist doch live? Ja. Ja, dann. Oh. Hallo. Na? Glück gehabt, hm? Glück gehabt, hm? So was wird dir ja nie passieren. Ähm. Niklas, hast du am Qualisett noch was verändert? Ich bin das V1 gefahren, mit zu weniger Schutze. Und, aber Toe gleich, oder wie? Alles gleich. Also vor drei Routiven immer noch zu wenig persönlich, da kann ich es zumindest zum Colli fahren. Ja. Was? Man lenken versucht! Ja. Wört mich. Ja auch hier. Ne mach auch lieber zweimal vier Runden, also durch. Oh Gott! Ja. Die letzte Runde kannst du halt durchziehen, halt wenn du eine ACG machst, ist die Koldi vorbei. Also, 2x4... Ich weiß nicht, ob du mein Stink gefahren hast. Herr Gerd. Ja, aber das hätte doch bis jetzt schon wieder. Bis jetzt schon wieder. War gut, ne? German streamed today, Gerd, unfortunately. Aber ich denke, als Dutch, du kannst es verstehen. Wie lange ist jetzt Training? Eine halbe Stunde, oder? Eine halbe Stunde, ja. Äh, wie geht's heute noch? Fünf. Aber nicht rausfahren gleich, ne? Äh, viel fahren lassen. Das Training. Beste alle fünf Reihen ist jetzt benutzt, ne? Ja. Sind doch nur vier. Schön Donuts war. Du fährst für uns, äh, du joinst für uns, Niklas? Ja, ja. Okay. Sind das auch gleich die Bedingungen für das Koldi? Bürger. Warum? Ja. Schauen wir mal, was los ist. Schauen wir mal... Was? Ähm. ich habe mal einen server zu finden hey alec es gibt da zwielichtige server und irgendwelche rentees rentees ja niklas wird quali fahren und dann den rennstart also porsche ist auf jeden fall getan also porsche ist auf jeden fall getan ich habe getan ich habe getan auch gut ich habe getan ich habe es auf jeden Fall hier ich habe es nicht aber ich habe es nicht ja alex auf jeden fall jetzt ist es wirklich fast alles an aufgaben beseitigt jetzt wohnen wir hier wirklich fehlt eigentlich nichts mehr kaste bob so ähnlich ist ähnlich aber ein bisschen unterschiedlich ganz neue fahrtechniken hier hinterlasse nötig am exe bremsen formaten zwei sprint rennen das zweite mit reverse grid und wir müssen in beiden rennen fahrer wechsel machen ich weiß natürlich die karte so viele möglichkeiten mitzunehmen ja genau hier nur die nur den unteren teilen ja okay wir werden nicht auf dem dach dann ist respekt äh 29 übrigens Bei mir und meinem PC verschiebt sich irgendwie immer die Uhrzeit, bei mir auch, aber jetzt nach hinten, also ich hab jetzt 26 am PC, ne bei mir immer vorhin, das hab ich ja schon mal gehabt, dass ich schon mal gesagt habe, oh ist ja schon mal ein Franschen, bei euch allen war es also 22 Uhr, das war komisch, dass es mehrere Minuten sind. Ja, ich weiß nicht, ob sich das dann irgendwie, vor allem eigentlich hast du ja die Möglichkeit, dass es sie automatisch mal aktualisiert, aber scheinbar oder so. Ich dachte, man kann das gar nicht verhindern. Äh, doch, doch, kannst du, vielleicht macht es auch Sinn, dass ich das mal aktualisieren und dann ausschalte. Kannst du einfach nochmal weiterlaufen. Da kann man das NTP-Server einfach die besten. Ja, wir sind es. Das ist aber auch ein bisschen. Ja, ich kann da mal aus, am 21 Uhr. Ja, ich bin es nicht. Ja, ich habe mal. Ja, ich bin es nicht. Ja. Ja, ich bin es nicht. Ja, ich bin es nicht. Ja, ich bin es nicht. Ja. Nein, es sind nur beide Aston. Aston, Aston. F**k, das ist ein Raging server. Wer ist es? Yellow flag, yellow flag, be careful then. Yellow flag is the top. Yo, Niklas joint. Ne, da muss man am Shutter gleich brain boosten, ne? Oh Gott, das will. Zwei, du hütest den ersten, komm ich wieder rein. Ist das klar? Oh, ich hab nicht das gemacht. Oh, wrong personal, was ist das denn? So, ich hab den falsches, genau. Und das ist den Lars. Du musst vorher noch drei Lungen. Ich werde ein bisschen switchen, wenn es Zeit gibt. Aber jetzt kann jemand meinen Spot geben, ne? So, oder? Nein, ja. Du musst zwei join, du musst dich vertreiben, tatsächlich. Aber, ich bin wohl. Ne, Mann, danke. Ich bin wohl. Aber wenn alle draußen sind, dann müssen wir das schon nicht wegnehmen. Der wird doch auch gefüllt. Ja, deswegen warte ich, hab's alle draußen. Oder das wär' wir. Ja, also ja. Das hab's auf. Alright, so du sagst. Ich hab' mein Weckd zu, du sagst. Ja, ja. So meint, dass es keinen mehr gibt, den Nachteuern kann, dass das dann einen ... …fach mal schlimmert. Ja, ich glaube, dass du verstanden hast. Danke. Ich warte es noch. Ja, weil dann irgendwann, wenn alle drauf sind auf dem Server, kann keiner nachschauen. Ja, aber dann ist das Sotto schon aufgefüllt. Ne, wenn man das auf dem Server ist, kann das auch nicht aufgefüllt werden. Ach so. Wenn niemand in der Zeit, wo ich den Skin wechsel auf dem Server habe. Ja, ja, ja. Dann ist ja meist noch frei. Ja, ja. Naja, weil René ist gerade so wirklich ohne Kiel da verändern aufgegangen. Herr Siebert? Ja. Haben Sie die 50 Liter? Ja. Ernst? Ja. Ja, René ist irgendwie, keine Ahnung, cracked oder so. Oh, und der erste AMG fährt raus. Ich bin aber auch 50 Liter gefallen. Ja, ja. Mit BOP-Fahrern rede ich nicht. Ne, ich fahre mit Quali-Sprit, aber ich kann 5er fahren. Also... Also ich hätte jetzt 0 fahren können. Ja, also... Theoretisch kann ich auch nur 2. Mit halbem Tank? Ach, Patrick, Junge. Ja, okay, das ist doch nichts. Ja, eine 9 wäre bei mir halt eine gute Runde. Mit halbem Tank. Ja. Gut, dann komme ich rüber, dann kannst du trainieren. Auf dem Practice-Server sitzen jetzt alle nur rum, ne? Ja. Außer 2. Ne? Ich weiß nicht, ob das passt. Wer fährt? Hoffentlich ist die Gegner von uns. Felix, Trotz, ein Hacker, oder Hacker, oder Hacker, oder immer. Und irgendein F-Punkt Steier. Also ein S und eine AMG. Ja. Und ein Lombo. Hä? Ich bin gerade raus. Und noch ein Lombo. Ja, ich meine, wir können jede Wort, die Sie wollen. Ein, zwei, eins. Ein, zwei, eins. V-Z 911. Ne die Worten, vorne nach einer. Und Kevin rein. Ä, wir haben unseren Sprott verloren. Digger. Wo sind wir jetzt? Also auf fünf sind wir jetzt glaube ich auf 30 oder so. Alter, ein Job. Ne, also bei mir steht er noch auf fünf. Ja, also ich stehe noch auf Platz fünf, wenn ich jetzt jetzt bin ich geplant, aber guck mal hier den Wechsel an. war mich mal noch mal ein bisserl ein hier so niklas dass sie im pitstop einmal angeguckt wurde stehen muss oder hast du eine lösung für für dich auf gut glück treffen naja wir werden ja fünf sekunden von sein also wenn ihr bis zur hälfte des rennen sich alle über 100 vielleicht bekomme ich auch die quali-runde massen quali am start wirst du auch erst mal auf drei sein oder so wahrscheinlich das ist nicht so schwer in dem auto das ist ja keine leistung oh hallo jetzt müssen wir uns mitnehmen ja hier ist offen gefühlt ja auch schon so perfekt sascha war das gerade ich folge also voll voll wird hier oder voll voll ja wunderblüter wunderblüter also war das die die schnellste runde waren ich habe vieles in der frisch für diesen das ist meistens nicht alcohol-free so ich weiß nicht wie ich das mache das waren doch schon einige raus einige nicht so clever wer ist bei uns eigentlich fahrer 1 ich glaube du oder ich bin fahrer 1 ja ok aber du bist ja ja wird dann nach dem briefing aufgehen oder so kann man briefings eigentlich bei hamlet kaufen als kassette hätte der immer in barcelona machen sollen ja you're all experienced the best drivers in the world you know how to do this almost almost oder diese africanischen leute die einem irgendwas vor sagen einko don't cross the right line like last week naja beer season never ends eh delivery ja ich glaube sie ist doch schon in dem ordner zum download äh muss ich nochmal verteilen bit too much sliding bit too much sliding also ja pro series habe ich noch gar nicht entschieden weil die ersten zwei wochen bin ich auch gar nicht da aber ich die wahrscheinlichste wahl ist natürlich der bmw jetzt wo er mal competitive ist wieso sollten dann genau nicht benutzen mehr blöd irgendwie fehlt jetzt aber runden zeit wo sind das briefing auf renn welten discord irgendwo ich glaube ich bin mit dem alten reifen gefahren hier geht ja gar nichts nur 29 renn pace keine idee eigentlich 13 auf man schnappt sich die regenreifen und natürlich mal mit das regnet ja der erste frage ist es regel nicht gelesen ja ja entry list der reifen benutzt gerd fischer hat es auch schon bekommen statement sm4 ja kam müssen wir ja wieder track for track sehen angenommen die bop ist jetzt gut dann ja alle gleich schnell ich denke der ersten fährt sich ein bisschen angenehmer oh ja schön holprig hier schöne scheiße und das war an hier das passt doch es passt doch den gelben pfeil anschneiden den letzten dass der plan so ich mal mal gucken weil die pace sage ich jetzt nicht grandios hier reifen neun war frisch keine ahnung wollte nicht aber ja vielleicht wäre ich nicht aggressiv genug gefallen hier welche uhrzeit sind eigentlich da auf dem server denn so wie jetzt hier zum practice bei uns 1 uhr 2 uhr ah ja ok also hey ja 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 muss keine schummel settings laden einfach immer schon mal settings laden ja aber am tag wüsste ich gar nicht was ich machen soll noch heller machen also wir fahren mit meinen nachtsettings warum auch immer damit bin ich irgendwie schneller hm keine verwirrenden details aha ja es martin ist es lot smaller half a meter or something i think easy to hit the box immer eigentlich auch breakboosten aus der boxe muss der pittlometer ausmachen ne dann im ersten und ja sonst im zweiten aber der bringt nix muss wieder runterscheiden nach der linie jetzt bissl bissl tot ja entspannt knapp unter dem obersten fall ähm so das briefing 45 oder wann ja 45 ja noch zwei minuten so password brauche ich auch mal Sekunden nach war sehr sehr kreativ ist doch kurioserweise immer dasselbe ja passwort reveal ach ja wir schauen ob wir im gleichen team sind nichlas wär besser ne ja ich mute das dann im stream das briefing we don't do research und er schreibt der erste teil ja ich bin nur ein anderthalb zehntel schneller als im renncenter das ist so dämlich wieder jetzt ist hier noch ein paar sprach machen für uns ja kannst du dann während dem briefing oder so machen ne ich bin eh gerade geskillt den datalab briefing channel ist schon geschwunden äh wie viel brauchen wir denn weil es gibt ja noch drei andere wir haben ja vier wie viele teams sind wir fünf nein brauchen wir einfach noch ja dann 45 wir müssen bis gleich bis gleich bin gespannt wer das eigentlich schon briefing macht so audio mal ausgemacht vom disquad hey more chitty hello hello today where's the lesson of nicholas uben hey far back oh no you're gonna ask even more questions but nice good luck with that okay i'd say so but yeah if you want to look how want to have a look at the bop it's right here on top some lambos all plus 15 kilos merc minus 10 porsche minus 15 s minus 40 that's a lot mclaren minus 5 what else do we have ferrari plus 10 audi nothing audi gets nothing it's just unchanged bmw plus 15 and that's already all cars that are participating right yeah 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 this is all deutsch heutemal okay the briefing has not yet started there's still elevated music playing i don't know i think uh the s10 is very fast now i don't know the audi i don't think it was i don't think the audi was the fastest on nürburgring but it's also not 15 kilogrammes lower than the bmw yes coaching is only driving ah ja micha ich erhöre dich ja in meinen träumen kommt es immer schon ah muss man deutschen stream machen der micha beschwert sich sonst wieder er weiß auch nicht warum keiner bentley halt vielleicht hat er hier nicht die minus 40 bekommen keine ahnung oh briefing geht los ich hör mal rein yeah quali should be in 12 minutes quali in 12 minutes the briefing ah maurice still muted bentley dead even with minus 40 i thought on some track it's a bit op yes oh i didn't know the series everybody is driving we have uh boothby jadir tortellini barrier geert luke whitehead jona savolein the reverse grid will be interesting in the second race reverse grid will be interesting in the second race reverse grid will be interesting in the second race reverse grid will be interesting in the second race reverse grid will be interesting in the second race reverse grid will be interesting in the second race ich kann sie mabix Dario Iamudo ist also driving like the most competitive thing no sprout okay Dario Iamudo 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 KidsLaws EntryRules Find out about that line Ja, Micha, einige also Einige dabei hier sehe ich gerade Tortellini, Jadier Boothby Alle am Start Dario, Iemolo, alle da Gerd Fischer Ist ein schnelles Grid auf jeden Fall Ja We're waiting Wir warten noch ein bisschen Geht gleich los Hoffen wir es Und es waren ja auch die ganzen Anderen OL-Jungs Ne, also Tauscher, Richter Und so Wir kriegen noch ein Screenshot, wie wir die Boxengasse zu befahren haben Aber dann geht's los Gleich haben wir es Paar Sekunden noch nicht Noch oder Minuten Printinfo Ah ja Grün Okay, ja, easy Easy, easy So dürfen wir in die Box Ja Das nehmen wir Ganz klar Ja denn Das ist doch erledigt hier alles, oder? Können wir los? Na, es geht darum Über welche Linien wir fahren dürfen Dass man nach der Schikane Wie viel man bremsen muss quasi Damit man innerhalb der Linien bleibt Aber sie haben Haben uns die Die Linie so mittig gegeben Das passt dann Jawohl Da waren noch wieder Überraschungen dabei Wie war das jetzt im zweiten Rennen nach tanken Ist erlaubt, ne? Nicht erlaubt Nein, nicht erlaubt Im ersten voller Boxerstop Im zweiten gar nichts Außer Fahrerwechsel Ja, genau Nur sitzen Nur rumsitzen Malinowski ist übrigens gerade eine 52-4 gefahren Haben wir auch gesehen Und Marco eine 5 Ne, das Problem ist, wir können nur minus 40 Kilo machen, Shanti Und das reicht im Zweifel für den Jaguar gar nicht Schlimm für euch, ne? Auf manchen Strecken auch Im meisten wahrscheinlich Das ist einfach wirklich zu langsam Deswegen, selbst wenn man beim Jaguar 40 Kilo rausnimmt Dann, ja, selbst dann hat er nix Warum auf der Strecke? So, jetzt widme ich mich mal hier den Leuten Und dann geht's los Oh, ja Aufspilten Ja 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 Niklas, wie viel Sprit nehmt ihr mit im Rennen? Ja, ne? Keine Ahnung Na, wenn ihr Ich hab da, also 50 sind okay Das müsste reichen Ja Und dann 101 im langen Rennen Das war schon Puffer drin Okay Okay Dann Vierfolg euch Ja, euch auch Müsst klar gehen Ich bin gespannt, wer geht und wer noch moved Okay, dann bleiben wir offenbar Ja Wir haben mich ja in der Backe Ey, ey, ey Achso, Sascha ist ja jetzt auch bei euch Jetzt seh ich, jetzt wundere ich mich grad hier Aber ja Ja Ja, dann Wünsche ich dir viel Erfolg im Quali Aber ich glaube Es liegt nur an dir selbst Ja, alles wie immer eigentlich Ja, thanks Glimmirl 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 Jesus fuck It's too far away But it's three eyes Isn't it? Viel Erfolg euch Viel Erfolg Hoffnung ist es nicht zu langweilig für euch Und Ah, da wird schon ein anderer schneller noch dabei sein Das müssen wir erstmal hinkriegen Ja Vor allem ist er wie bei Squid Da ist er sowieso Ja Das wird lustig Hier, Felix ist auch im Essen Er hat bestimmt wieder die Williams-Hacks an Natürlich Gut, man hört sich Gott, schau Ist das Ja, Shanti Ich sag's dir Es reicht trotzdem nicht Weil wir haben ja manche Autos schon mit minus 40 und andere mit plus 40 Dann bräuchte ich jetzt nochmal 40 für den Jaguar Also minus 60, minus 80 oder so späße wahrscheinlich Egal Jetzt geht's los Ist schön weit hinten dich angereiht hier Ja, ich war clever Und hinterher versuchst du, die falsche Server zu joinen Könnte schlimmer sein Könnten Sascha sein Sind hier hinten? Ja, letzter Aber beide füllt man wieder vorne auf, glaub ich Ich weiß nicht, wie viele Autos mitfahren überhaupt 45, ja doch Ja, ja, irgendwann Ich weiß nicht, wie viele es hier sind 30, 40 Eine Ahnung Ja, ich genieße Super aus der Box Ja Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Vorsprung Ja Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer hier fliegen soll Geht mal jetzt mit fliegen Schnell sein Ja, genau Ob noch ein anderer hier irgendwie Gefahr wäre Nah genug dran zu bleiben Mal schauen, weil ich krieg das bestimmt hin Irgendwo versenke ich die Kerle Du kannst natürlich auch noch mehr Sprit mitnehmen Falls du den ersten Extenten willst Die Option haben wir ja dann auch noch Müssen wir nicht bei 30 reinfahren Wie viele Minuten sind 50 Liter denn? 30 Oder 33 oder so Ich weiß nicht, mal gucken Ne, ich mach 55 mit Ja Ich hab auch nicht so viel verloren mit vollem Tank Das kommt erst Ab Dunlopkehre geht's los mit Timeless Spannend Ich glaub dann hast du so Kommst du genau in die In die falschen Drehzahlen Irgendwie in manchen Kurven Dann kommt er halt einfach nicht aus dem Knick Musst du jetzt ja ausmachen Ja, aber selbst Ich hab ja nicht mal TC-Eingriffe Ich hab nachgeguckt So, the race Is going to be Two sprint races Both with a driver swap And The second race With reverse grid Top 15 Of the first race And Yeah Let's just change it The first race We can refuel Second race We cannot refuel Only one tire set For the second race Ja, ich glaube In den Linien Also da sind nur sozusagen Unterschiede drin Die sozusagen auf Mikrofehler sozusagen zurückgehen Die dann von Runde zu Runde Irgendwie unterschiedlich sind Aber sonst In der Linie Ist alles identisch Hier Da sehe ich nichts Nee Glaube ich nicht Dass wir unterschiedlich fahren Ja Should be fun Especially The second race The problem With the S10 Is a bit That we will Not have a very good start Off the line Because of the Turbo lag So we'll probably Lose a position At the start At least one I think Mal schauen Das mit dem S10 Ist immer so ein bisschen Schwierig am Start Weil er halt So ein Turbo-Loch hat Deswegen Am Start Verlieren wir bestimmt Erstmal nochmal Eine Position Ja We'll try Ne Das sieht hier schon All glatt aus Was Huben hier fährt Sonst Keinen Kopf machen Ja Better with Minus 40 But still It's just The problem That we We just Don't have The Turbo Just needs a bit Longer Even with Turbo Boost I think In the low RPMs The engine Just needs a little Yeah I think That's a good start For qualifying Now just The first flyer Is never the quickest So now We should improve A little Also no traffic Or at least Gap is big enough Ah guck mal Sogar der Porsche Der UL Porsche Ist hier auf 2 Bislang Ah wir haben schon Haben schon ein bisschen Gap hier Mal gucken Was Niklas Da ich so raushauen kann Wer schreibt denn Bei Rennwelten Eigentlich Bist du's André Und danke Ah Jan Okay Dann wissen wir Auch das Das Bierchen Ah sehr gut Sehr gut Sehr gut Na Na da geht aber noch was Niklas Hier Komm Ja Jaja Hau mal einen Raus Hier Noch kein Grip Hier Doch Ne Er sagt auch nichts Ich spreche auch gar nicht Mit ihm Ich sag das nur zu euch Ich hab Mikrofon gemutet Zu ihm Ah Nachtschicht Ist ja nicht so Nicht so wild dann Offenbar Boah Bist am Telefon Jetzt sehen wir Wer einen Briefing Zugehört hat Oder nicht Ja Wie viel Sprit hast du noch Zwei Liter Ah da musst du wohl rein Richtig Ja musst du noch mal einen auspacken Gleich hier Ich bin weg Schau mich Ich wünsche euch einen angenehmen Verschwitzten Abend Wird entspannt Wird entspannt Glaub ich Naja Bis irgendwann Ciao 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 Ja man darf nicht Man darf nicht RTG Also man darf nicht Escape drücken auf der Strecke Dann ist Quali zu Ende Man muss immer zurück in die Box fahren üß Was ist das? � der mercedes hinter dir kommt auch außer box aber der lambo im zweifel der ist auf einer schnellen der ferrari dahinter auch der bmw vor die aura auf der schnellen oder naja was schnell für ihn ist gut gell mavic ist auch dabei wo denn habe ich noch nicht gesehen hier wo ist der lambo normal fahren sie auf lambo oder ach da ja 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 ok ja mabix doch dabei mabix hat briefing geschwänzt übrigens glaube ich habe ihn nicht gesehen ja der ist richtig langsam vor dir 55er ja klar scheint die ist nur für niklas halt wichtig dass er weiß wie er sich verhalten muss karek hat auch rtg ja die hören alle nicht zu ja ich glaube niklas hat jetzt mal einen besseren reifensatz erwischt hier rookie ich ja ich meine gerne war jetzt war jetzt kann ich bewusst sozusagen so ein rfaktor video ich wollte einfach mal ein bisschen was anderes stream ach so ok ja stimmt die haben sie rüber drin na denn ist ja alles gut ah ok aber jetzt hat er ein bisschen kilos hier ne deswegen ja moin tom hat er denn mittlerweile auf der uhr hier 27 das dann 53 höher naja da geht noch was ja ja ich weiß das schon mit denen mit den gelben autos da in rfaktor aber es sieht natürlich trotzdem scheiße ist eine andere lösung finde ich meine das ist ist eine lösung ist es ist sozusagen eine akzeptable lösung ist eine funktionierende ja aber sieht schon ein bisschen albern aus er ist nicht ganz dieselbe bob name ein paar feine unterschiede frage schießt mich jetzt tot ich weiß ich weiß jetzt nicht im einzelnen wie die unterschiede sind ja aber oder im detail er ist aber rumgekommen hier muss man das ja nur noch zu ende tragen und dann passt doch schon wenn er das durchbringt das schon mal p1 verbessert sich gerade der porsche kommt es noch auf die nächste runde an ah die saß nein tja dann zählt mal ein bisschen spannend machen hier ich glaube niklas braucht den druck sonst geht nichts ja so schauen nicht der audi sieht jetzt hier nicht gefährlich aus bisher p16 hey janik niklas muss nur die runde hier durchbringen ja da ist das wenn so viel im data ja jetzt kommt ja kein tinko das war ja kommen sie gut aus jetzt noch die schikane treffen also wieder spannend gemacht ne ja die leute ich denke ich würde es entdecken das hat er doch noch gereicht ja ich habe mir nur ein bisschen eingeschissen naja das ist normal ja naja muss man sich reinfinden jedes mal wieder seit immer anders jetzt ins quali alles anders so als wir dieses nicht rotierende zeit ab ja was willst du noch machen macht markt drauf keine ahnung vorne mehr mehr range dafür dafür schlägt er nicht durch in t5 da beim bremsen ja gut fährst du halt nicht drüber außen ja ich schon ja gut ne passt und ich krieg schon irgendwen ja so ich habe ja auch wirklich eigentlich nur die range vorne gemacht mehr als ja nicht und bisschen ein bisschen tofedern sind anders vorne ja vielleicht habe ich mehr gemacht hoch ja immer ein bisschen sprit mit naja 55 aber jetzt ja ja kann es auch noch 60 haben wir optionen nachher ja okay dachte ich war 18 minuten hotlab 18 naja naja wenn du auf spitz vor knapp reinfährst dann habe ich nur noch 19 ihren gisch hey milos ja wel i'll you know i'll answer english as well aber majority majority german cuz german team german german leak kinda german german everything Ich denke, Essen ist ähnlich in LFM, ja. Und ja, overall zu early. Ja, dann gehe ich mal pinkeln, glaube ich. Ich will nur, dass hier irgendwelche Undercut-Optionen oder so. Aber ja, 55 passt schon. Ja, ich habe jetzt 57 drin. Hast du auch eine halbe Runde mehr? Wenn wir es durch drei Teilen passen, ist das eigentlich ziemlich genau. Ah, easy. Unter? Hast du mich jetzt mitgenommen zur Toilette? Ach, geil. You heard it here first, guys. Natürlich. Natürlich. Vielen Dank. Neuer Reifen. Gut. Man weiß ja immer nicht. Also eigentlich haben wir die Hölle hinter uns, was den Start angeht. Ja, ne? Gott, wir sind Vierter am Start. Aber ich hab das Gefühl, unsere Bremsen waren ganz gut. Das ist richtig. Muss ich halt nur mächtig genug reinzähnen. Ja. Und Brakeboost müsste ich vielleicht auf der oder da drüben. Hm. Aber ich glaub, das ist easy. Du hast so wenig Leistung, brauchst wenig Bremse. Ja, das sind so 30, 40 Prozent. Lass mal los. Passiert ein bisschen was. Sag mal, das ist ein 3-Sekunden-Auto. 50 auf 100. Ja, danach ist gut. Ja, hallo, Elkai. Ja, ja, ja. Und Gimelid, ja, danke. Ja. Ich glaube, BOP ist gut für einmal. Wir wissen, Esten könnte ein bisschen... ...biet quick sein. Ich meine, wir sind die einzige Esten in den Top 12. Der nächste ist P13, P15. Also, es ist all uns. Whereas, du hast ...several Lambo's, Porsche's, Scharni's, McLaren's, da. Kannst mich ja schon auswählen, unsere Späße. Da gibt's ja keine Überraschung. Wollte uns doch nie passieren, hast du sowas vergessen. Hm. Ich weiß gar nicht, die Drücke... Ähm, ja, werden schon stimmen, ne? Ich hab jetzt die genommen, die ich hatte. Ja, okay, nee, dann ist gut. Dann ist gut. Ist schon okay. Kannst ja dann... ...selber sehen, ob wir so gut sind. Dann nehme ich... ...die Änderung. Ja, dein 2% BB weiter vorne. Äh, 1,8. Zwei. Dann soll ich ein bisschen spotten, ob sich da einer vertut. Wenn sich einer komplett vertut und von ganz hinten ran geschossen kommt, gerne. Aber sonst passt das eigentlich. Machen wir mal neue Technik hier. Da ich ja... Da wir vorne sind, guck ich nur nach hinten. Oh, Junge. Dann vertue ich mich halt mal beim Start. Soll ich die Kurve auch ansagen, oder? Nein, nein. Nein, nein. Okay. Oh, ein Geil. Oh, ein Geil. Oh, ein Geil. Clever. Jawoll. Du bist noch da, alles gut. Warte, wo kam der denn her? Der hat sich völlig vertan, da konnte ich noch nichts an sein. Wie viel Damage hast du? Ja, guck ich kurz. Wie ist er gut? Naja. Na, da sollte der Hack damit sein, vielleicht ruft er einmal jetzt mal. Ja. Das war schon mal ein interessanter Start gewesen. Ja. Ja. Ja, aber Micha, weil du es vorhin gesagt hast, ne? Ich glaube jetzt, wenn es nicht am Replay liegt, dann sehe ich doch Unterschiede, wie Niklas in die Kogen fährt. Ja, auf jeden Fall mal spannend in der Telemetrie zu gucken. Machen wir im zweiten Rennen vielleicht an. Ja, sicherlich ein Penalty. Aber, ähm. Ich meine, er ist... Wer war es denn? War es Malinowski? Nein, sie waren zu weit zurück. Karikas? War es Karikas? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube. Karikas. Muss ich das eigentlich reporten, oder machen die das selber? Ne, ist Live-Shorting. Okay. Wer war es überhaupt? Ich glaube Karikas. Naja. Der nächste McLaren, der es hätte sein können, ist Malinowski, aber der war von 12 gestartet. Das glaube ich nicht. Schwierig. Ah, ja. Okay. Ja. Dann ist es sicherlich ein Penalty. Because that was... That was very late on the break there. But, äh. Almost a typical Karikas. Ja, gell. Auch überrascht vom Porsche da. Ja, ne, ne, Micha. Ich sehe es so grundsätzlich im Stil fast schon. Dass wir da was anders machen. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht, äh. Muss er sich nur nochmal finden ein bisschen. Und dann geht's los. Die Rundenzeit sieht jetzt schon mal besser aus. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Ah, der Porsche vorne geht ab. Wie ist das? uerk anti-Bplus? Und dann geht's los in die Rundenzeit. Wечно. Und dann geht's los. Und dann geht's los k trimmer. Und dann geht's los. Und dann geht's los sims an. O sea. acidic. Er hat das auch nicht leхt. War aber doch nicht so easy, wie wir dachten hier. Und ganz schön schnell die anderen. Aber auch krass, ne? Am Start, wie langsam der ersten war. Also eine Position war safe weg. Und die zweite, der McLaren, ist ja auch noch daneben gekommen. Easy. War schon bitter. Da musste ich ja fast auf null qualifizieren. Ja, es ist nur die Ui, die in Replay oder in Spectator. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, jetzt wird es langsam Zeit aufzuhören mit dem Sandbag. Wir müssen ja wieder nach vorne kommen. Mal sehen. Bisschen Damage haben wir auch. Vier Sekunden. Aber dann können wir uns nicht leisten zu reparieren hier. Okay. So. 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 So Maybe. So. ich glaube pacemäßig ist da nicht so viel zwischen mir und niklas also eher nix ja aber dafür also mag ja sein aber wenn man sich verbremst verbremst man sich da dann halt der 1 1 ja wie du sagst der eine fehler rechtfertigt den anderen nicht das ist nicht unsere schuld dass er uns rein fährt also so ein satz mit aber aber netten ja was heißt war nicht netten endig dass wir auch tief in t1 drin dabei kegelt ihn natürlich nicht von der strecke da jetzt kommen wir mal wieder ran glaube ich auf der runde an die anderen da siehst du da kommt er doch der hobel ja roter ist always like this since forever in in spectator it's never showing 100% i'm just puttin nah they get a penalty for sure ja so lange der vorrat reicht ne der im preis müssen wir irgendwann mal anpassen ich habe geguckt was bei go setups die bundel kosten zum beispiel die sind ja viel teurer aber ja vielleicht gibt es auch nur 200 stück die bundel kosten hey too easy It's predominantly German today, but I'll answer, of course. Äh, na, Runden. Also das ist ja eine Stunde und wir wechseln halt irgendwann in der Mitte, ne? Also so 15 Minuten. Macht ungefähr acht, neun Runden halt dann noch. Würde ich sagen. Ja, ersten geht's. Und ich meine, wir halten ja hier gut mit und ich glaube, Niklas ist jetzt auch gerade eher so der Schnellste auf der Strecke. War nur am Anfang nicht so richtig reingekommen. Und natürlich gleich abgeschossen worden, T3. Kannst ja schon mal Sprit so auf 45, 46 stellen und den Schaden ausmachen bei Gelegenheit. Ja, es sind ja wieder andere Kilos hier, glaube ich, im Vergleich zu gestern, ne? Aber ja, der Aston hat grundsätzlich, der Aston hat natürlich viel bessere Fahrbarkeit. Bis auf den Turbo, ne? Aber ansonsten ist der Aston eigentlich sehr angenehm zu fahren. Jetzt siehst du ja, er ist ja auch schnellster hier gerade. Müssen wir ja nur noch einen Weg vorbeifinden, das wird schwierig. Nee, der hat ein paar gute Runden hingelegt am Anfang da im Porsche. Aber das war jetzt nichts, was wir nicht auch können, wenn wir alleine auf der Strecke sind. Insofern passt das schon. Der braucht keine extra Bob. Hat halt nur gleich Feuer gemacht von Anfang an. Gleich voll drin gewesen. Und steckt man hier wahrscheinlich so ein bisschen fest sogar. Fast überlegen, Undercut zu fahren. Aber da waren auch schon ein paar Autos drin, deswegen schwierig hier. Wenn wir jetzt rauskommen. So, Undercut ist natürlich eine Variante, ne? Ja, genau. Ich gehe mal gerade pinkeln, kannst du dir mal überlegen. Ich gehe mal überlegen, was ich komm solo jetzt drin? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube es bringt nichts, wenn wir jetzt reingehen, wir hängen dann nur fest. Ja, nach hinten wird der Abstand ja gerade noch größer, eigentlich eher, oder stabil, das heißt da müssen wir noch nicht reagieren. Nach vorne ist, ja, ist auch stabil, aber wenn wir jetzt pitten, ich glaube wir sind in zwei, drei Runden sind wir am Feld dran, das wäre scheiße. Und dann stecken wir da fest und verlieren drei Sekunden pro Runde oder so, das ist Käse. Ich habe es ausgerechnet, im Idealfall überholst du. Gar nicht immer so leicht, wenn der Gescheit durch die Schikane kommst. Ich gucke jetzt mal, wo die jetzt der letzte ist. Okay, Platz 2, 25 Sekunden. Ja, das ist solide. Ein paar von den hinteren sind jetzt schon gepittet, das heißt da werden wir dann durch. Ich gucke jetzt nur, wo der neue letzte ist quasi. Der fährt auch alleine. Schwierige Kiste. Kannst du da noch einen Trick hinter uns irgendwo gepittet? Mh, ne. Hh. Tja. 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 dann würdest du sagen sie halten dich auf schon oder ja ein bisschen auf jeden fall malin los geht kommt auch nicht näher zumindest mal ungefährlich nach hinten den letzten fahren jetzt über start ziel und die minute ist jetzt gerade rum in der runde also wir werden schon direkt da irgendwie ist ungünstig die sind auch eng beisammen und fighten und so da fährst du nicht einfach vorbei ja mit minus 40 kilo geht mal was ne da kommen das sieht gut aus jawohl weil gleich noch mal anklopfen doch mir nur mal dein verbrauch dass wir da nicht jetzt was ganz anderes haben 2,88 oh ja ok easy eigentlich müssen uns die dahinter keinen kopf machen weil malinowski geht honzik ins auto hoch oh gott weißt du warum der so aussieht oje na gut dann hast du noch mal freie runden jetzt ich weiß nicht was arges teamkollege taugt weißt du ja set might be possible like we'll definitely jump the maglaren would be good to have a bit better gap to do the lambo just if we screw the pit stop sagen du pitest wenn der abstand zum lambo am größten ist das ist ja 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 Jawohl, wir können zwar eine nochmal richtig fliegen lassen jetzt, dann sind wir dran am Porsche. Bis zum BitExit, ja. Wenn du meinst, dann drücken muss was gemacht werden, mach einfach, ich nehme es dann, wie du denkst. Ja, wir haben vier Sekunden, aber die behalten wir jetzt drauf. Ja, Sepp, es rotates, like when you turn, when you brake, when you accelerate, it rotates. Wie viel Sprit willst du in der weißen Box haben? Keine Ahnung. Unter 50. Eigentlich, wenn du vorhin 46 nachgetankt hast, reicht das easy. Weiß nicht, was du noch drin hast. 0 dann. Ja, das reicht. Ich hab jetzt noch 5,5. Ja, okay, aber dann reichen, keine Ahnung, 42 easy. Dann machen wir das. Mach 43, ich bin mir unsicher. Jo. 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 Jo, 40 Kilo sind raus, genau. Jo. Jo, direkt auch. Ah, nice. Kannst schon wieder anmachen. Jo, dann. Jo, dann. Break by is for, wenn du möchtest, 61,8. Jo. Dann hoffe ich mal, dass er, äh, dass er will. auch selbst wenn er will immer ein bisschen verlieren in der box drei zwei eins ja ich sie danke dir oh gott so 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 ein kollega ja du misst es das ja eine sekunde gekostet man aber insgesamt 3,2 zum porsche wir haben nichts verloren auf der outlap schon genauso schnell bist noch bremspunkte finden leon weiß doch was er zu tun hat ja 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 Die Rundenzeit check ich nicht, aber gut. Das ist ein bisschen anders, oder? Na? 1,5 Zehntel grün, aber no time gained, alles klar. 1,5 Zehntel grün. 1,5 Zehntel grün. 12,000 Zehntel grün. 1,5 Zehntel grün. 2,5 Zehntel grün. 1,5 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 Zehntel grün. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und wenn er uns genauso durchlässt ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nice, danke Car on the right Clear on the right Clear on the right Clear on the right Clear on the right Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, er macht sich schon ein. Aber er ist auch schnell. Und langsam auf jeden Fall nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, ist das lächerlich von dem BMW. Und wie ist er denn immer noch daneben? Und wie ist er denn? 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 Das ist krass, ich gewinne nur T1 eigentlich. Zumindest sieht es so aus. 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 Hm. So, let's go. 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 Ja, ja. Oh, oh. Die alle verkraften auf der Schikade, nicht so weiter. Da, beide wieder. Mach mir den Echse kaputt. Ja. Okay, zwei Rücken. Shit. Ja, zwei Rücken. Und noch zwei zur Überrunde, oh Mann. Sie sind frei. Oh, schön. Aber ich auch nicht. Kannst nix machen wahrscheinlich. Mal schauen, was passiert. Okay. Okay, oh. Tja, die haben keinen Spiegel, doch. Okay. Ja, schön. Moving and the braking. Jawoll, so lieben wir es. Warum muss er so spät ausscheren? Ich checke es nicht. Ja, ich denke auch, ja. Da kommst du nicht hinterher. Das ist aber auch okay für den Start. Ja. Ja, kannst nichts machen. Ah ja. Dann wissen wir das auch. Ups. Also dieses Late Defending, das hat der Mavic gestern schon gemacht in dem Rennen. Ich verstehe das nicht. Er kann doch fünf Sekunden früher rüberfahren, das ist doch kein Problem. Ja, wenn er abläuft, dann ist es moving and the braking. Ja, ja. Oh, das ist schwach. Naja, okay. Wird ein bisschen blöd jetzt, ne? Sind wir gleich wieder hinter ihm nach dem Start. Wahrscheinlich. Wir sind allerdings schon direkt hinter unserem Lieblings McLaren. Naja, wird das schon mal kein Problem. Hm. Warum die jetzt gelandet sind? Don't think I was the slowest Donald. Ah ja. Ob das nicht gebraucht für die? Na gut, dann auf ins Zweite, wa? Da war jetzt ein bisschen Pause. Ach so. Ja, weil die haben ja nur die Entschuldung das machen müssen. Ah ja. Muss ich in die Box fahren eigentlich? Äh, ich glaube nicht. Ansonsten war einfach, ob es das äh... Ja. Ja. Billup Islat, danke sehr. Like, thank you very much. Thanks for the donation, for the... Well, gifting the memberships. Oops. Pesli, hey. Okay. Greenlight. Ja. Ja. Ich meine nicht, dass ich unbedingt vorbeigekommen wäre. Ich fand das Defender ist trotzdem scheiße. Ja, du bist doch Bescheid. So unnötig. Ich meine, wenn er die Linie haben will, er kann sie ja die ganze Zeit nehmen. Warum braucht er sie spät? Weil er beide haben will. Warum, 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 warum versucht er sich zu töten? Macht doch keinen Sinn. Ein bisschen zurück, zumindest hier. Problem ist, wir, äh, wir haben scheiß Starts mit dem Turbo Lag und kommen da nicht vorbei. Mal schauen, wie es im zweiten Rennen läuft. Na, gut. Jetzt ja auch egal, wo wir in der Box sind, gell? Naja. Mhm. Mann. Ärgerlich. Aber was da in Runde eins abging, war aber auch geisteskrank. Ja. Ja. Einfach aufgehalten, einer. Weiß nicht, ist immer so schwer zu beurteilen. Ich hab da im Auto immer gar keine Zeit für, auf die Bob zu gucken. Was alle anderen fahren und können. Und wer da im Auto sitzt und hast du nicht gesehen, ist echt schwierig. Nee, wir waren ja schneller als der Porsche. Wir kommen jetzt nur auf, wenn du nur zwei Runden hast, kommst du ja nicht vorbei, ne? Also, ich denke, ist okay. Wir waren ja schneller. Ja. Was. Uh. Naja, 2 ist ja schon mal gut, dann können sie nicht sagen, Aston war OP. Porsche OP, ganz klar. Und Tekken Yoko OP. Dass sie überrundeten, dass sie sich auf so Situationen einlassen. Da würde ich als überrundeter, gut, ins Gras. Ja, ich glaube, da unterschätzt du, wie weit die Autos doch auseinander sind. Das passt schon, denke ich. Ja, jetzt kommt ja gleich das zweite Rennen, kommt gleich hinten dran. Ja, das wird ja blöd jetzt, ne? 14 starten, sind wir gleich 16 oder so. Ja, oder noch weiter hinten. Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer P15 war oder so, aber wenn das schon wieder ein paar Leute sind, die nicht mehr ganz so flott sind, dann wird es auch gleich schon wieder schlimm vorne. Lorenz, Joshua Allen, Kreuselberg, das ist doch, glaube ich, einer deiner Lieblings-BMWs. Ja, ich glaube, ich werde mal direkt versuchen, T1 das Gras innen anzupeilen. Nee. Wer weiß, da stehen bestimmt überall Autos, und dann T2 habe ich ja Luft außen. Da gehe ich bis an die Wand. Okay, direkt hinter dir starten dann zwei Pausches und ein Audi. Das ist ungünstig, glaube ich. Danach ein Essen. Ja, ungünstig. Alles ungünstig. Ja, Essen empfehlen. Ja, aber es muss halt mit Bob sein, ne? Also jetzt außerhalb, ohne Kilo-Adjustment, wahrscheinlich nicht, ne? Sonst Fahrbarkeit, Essen, immer super, aber man muss halt, um eine Chance zu haben, muss er ein bisschen, äh, muss er ein bisschen abspecken. Sagen die irgendwo, wenn sie re-starten eigentlich? Äh, kann sein, ja. Hab noch gar nicht geguckt. Ja, das Replay jetzt gar nicht. Ich hab noch mal reingeschaut, was der Kollege sich da gedacht hat. Replay nicht. Wir zusammen. Ja, warte, warte. Ich hab, äh, Temporary bestimmt, ja. Ich hab's, ich hab's. So spät nach innen gehen die. Äh, okay. Ich bin auch, was ich da jetzt habe. Ah, jetzt sind die Runden da. Ja. Aber viel näher konnte ich auch nicht dran sein. Mehr Slipstream ging nicht. Nö. Ja, er geht wirklich erst auf der Bremse rauf, äh, rüber, ne? Ja. Erst die ganze Zeit außen und erst auf der Bremse. Ja, also, das ist schon. Er kann, er kann davon Glück kriegen, dass ich nicht voll committed habe, ne? Weil sonst wären wir dann nämlich beide gewesen. Nächstes Mal committen und dann rumgehen. Ja, und vor T3 hat er halt auch schon wieder so scheiße gemacht, da. Schiebt mich ja auch raus. Ne, macht erst innen zu und dann fährt er direkt nach rechts rüber. Das ist echt eklig, eklig gefahren, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Bin ich nicht so ein Fan von. Das ist halt unsportlich so ein bisschen, finde ich. Ne, ich habe Overlap und er fährt nach außen. Bin ich nicht okay. Bin ich nicht okay hier. Nächstes Mal bleibe ich auf meiner Spur. Ja, aber in der SAO kriegst du damit Strachen für den Gegner raus, leider. Mhm. Naja. Naja. Warte mal auf die Rennwelten, Kollegen hier. Alle Channels still. Hm. Und auf der gleiche Server wie vorher. Aber ich stand da doch. 2135. Oh, ja, das haben wir ja jetzt, ne? Ja. Wird der Deutsche nervös. Ihr könnt ja auch natürlich Moving on Awakened protestieren, aber das wäre wild. Naja, warum nicht? Haben wir irgendwelche... Haben wir was zu verlieren? Eigentlich nicht. Ja, dann. Ich weiß nur nicht, wo man es macht. Nee, ding-dong. Ja. Mal ein Teamchef hier fragen. Kann man es schon, finde ich. Wir sehen halt immer nur, dass es nicht knallt, ne? Dann war ja alles okay. Aber es ist halt, weil ich aufpasse. Ja. Passt halt mal nicht auf. Aber ja. Ja, kann ich jetzt... Kann ich jetzt 13 Mal machen und nicht aufpassen. Geil. Was kommt denn, Jungs? Ja. Also der Adidasal ist auch noch da. Also das dauert noch... Hm. Ja, ich habe nichts gegen unseren Topspeed. Ich habe was dagegen, wie schnell man da hinkommt. Ja. Definitiv. Ich war ja drinnen in ihm in der letzten Kurve und dann war es doch wieder 0-2. Ja. Hm. Wir warten. Ja, Dario hat besser mitgespielt bei dir. Auf jeden Fall. Ich habe gesagt, jetzt verliere ich eh. Dann soll er fahren. Nee, nee, nee. Ja. Sag mal so, es gibt noch Porsche-Data-Bundle zu kaufen bei mir. Wo? Essen dem jetzt auch, habe ich gehört. Ich habe so das Gefühl, beim Essen, es könnte immer das gleiche Setup werden. Ja, ich habe das Gefühl leider auch. Im Endeffekt ist es überall so. Audi fässt du überall genau gleich. Hm. Ja. Die ist jetzt auch nicht so verschieden. Ja, das ist im BMW jetzt auch nicht so. Ich meine, das ist alles, alle haben so ein Fenster. Mal ist kleiner, mal ist größer. Ah, hi, Benni. Ja. 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 Das Ding ist, du beendest halt dein Rennen da. Das ist jetzt, es geht gar nicht um Unfair, sondern wenn ich da committe auf die innere Seite, weil du die offen lässt, dann, und du ziehst dann halt so rüber und ich habe halt einen Meter später gebremst, ne, dann habe ich einfach den Overlap und ich kann nichts mehr machen. Ich stehe ja voll drauf, weißt du? Darum, es ist halt nicht clever, so zu fahren. Nimm doch, ich meine, du hast doch einen Kilometer Zeit. Du bist Driver 1, ja? Und dann gibst du mir den direkt. Sieh, Senior. Okay. Aber es ist Quali. Ah, nee, hier. Ich bin drauf, kannst drauf kommen. Hm, das Passwort stimmt, ja. Ne, Benni, also, kannst ja so machen, aber du kannst doch auch so einen ganzen Kilometer Zeit da früh schon rechts rüber zu fahren, ist ja gar kein Problem, eigentlich. Nimm doch die Linie, ich komme ja gar nicht, komme ja gar nicht anders dahin. Und dann haben wir da auch kein Missverständnis irgendwo und am Ende bist du halt tot, ne? Jo, bin ich. Dann gehe ich mal in die Box und lade mal das andere Setup gleich, wa? Si, Senior. Schauen wir mal. Wie war, ja, also, ich fand es jetzt aber auch tendenziell untersteuernd am Anfang, ne? Ja, war auch. Dafür ist am Ende die Traktion weggegangen. Kann aber auch sein, weil ich das Auto vorher nicht rotiert bekam und früher ans Gas gegangen bin. Ich habe auch gedacht, du bist ein bisschen spitz reingefahren überall und dann musst du am Gas rotieren, ja. Aber geht um weiß ich nicht, 30 Zentimeter oder so, ne? Ja. Ja, aber wir haben jetzt, ich habe ja kaum was geändert an dem Set jetzt mit mehr Sprit, der rotiert, muss ich sagen. Ja, finde ich gut. Also, drücke weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe alle 25,4. Was du dazu sagst. Was du eben hattest. Ich gucke kurz B.O.D. Ja, guck mal. Ah, ein paar Minuten. Ich hatte 4, 6, 3, 5. Ah, okay. Interessant. Ähm, dann würde ich einen rausnehmen hinten, weil wir schwerer sind und sonst lassen. Ja. Können wir so machen. Okay. Denn? So, auf die Temperaturen reagiere ich jetzt nicht 24 Grad. Schauen wir mal, wie es gleich in der Rennsession ist. Aber wegen einem Grad mache ich mir jetzt nicht die Mühe und mache einen Klick. Nicht so anstrengend. Hm. Man muss im Alter mit seiner Energie haushalten. Ja. Du weißt, das ist wirklich, da sind alle Sinne beschäftigt, ja. Die weiß ist hier mit wenig, die Maus ist hier mit wenig Kontrast da im Menü. Musst du erst mal finden. Oh, ja. Zielen, die Buttons sind klein und so. Heikel. Wobei, im Durchschnittsalter müssen wir heute echt eins der ältesten Teams sein, ne? Möglich. Ich glaube, 90% der Teams wäre ich der alte Sack. Ich muss schon wieder pinkeln, einfach nur, weil ich dran denke, dass ich pinkeln könnte. wird es schuldig. Ich glaube, wir sindin, dass wir das Ganze nicht nur, wenn sie nur, wenn sie nicht nur, dass wir es uns im Preis dass wir uns im Preis dass wir uns im Handy Amen. Ich brauche noch außen am Start. Weiß nicht. Geil. Herr Winkler, das Bier kommt gleich, wenn ich aus dem Auto steige. Ich muss jetzt ja nochmal loslegen. Das Rennstart ist eine Stunde. Ich denke, wir müssen auf Fahrstarten. Aber das ist für uns ja gut. Wir haben ja eh Grip. Beziehungsweise wir haben keine Leistung. True. Wenn die Vorderachse nicht mehr will, kommt die Hinterachse aber rum. Das ging ja vorhin noch so schnell gewesen. Eigentlich auf Fast Tracks passt schon. Ich freue mich schon auf die Reifen. Ja, ich fahre ein bisschen über die Vorderachse. Ich habe leider nicht geguckt, wie Sprit ich übrig hatte. Naja. Aber ja, mit 2,9 können wir anders rechnen. Was ist denn der Rechner hier? 2,33 Runden. 96 Liter. Inklusive Formation Lab. Nämlich 99, nicht 101, oder? 101, das ist scheißegal. Die 2. Die 1,4 Kilo. 1,5. 1,48. Ja, okay. Ja. Ich hatte 3 Liter übrig, sagt er. Ja. 3,4. Hm. Nutzt 43 getankt zu den 55, 57, also 100. Ja. Naja, dann reichen ja 100. Eine ganze Runde Luft. War jetzt auch nicht knapp mit noch einer Runde. Nö, nicht so wirklich. Also wenn du die extra Runde noch hinkriegst, Respekt. Mhm. Ich glaube, ey, dass wir eher eine Runde kürzer sind, weil wir keinen Reifen wechseln. Aber 20 Sekunden verlieren wir auch nicht. Oder 23, 25 waren es oder so. Aber ja, wir sind ja noch Verkehr. Ja, vielleicht hast recht. Einer fragt, ob Jumpstart im Ästen nicht geht. Ich weiß nicht, Jumpstart sollte grundsätzlich keiner machen, weil dann kriegt man ja eine Strafe. Ja. Verstehe die Frage nicht, glaube ich. Einfach drauf wetten, dass es passt, oder? Ich weiß nicht, ich nehme an, Noah wohnt da bei Dortmund, ne? Deswegen Dortmund. Du bist auch beim Card Donnerstag dabei, ne? Jo. Scharf genommen? Ja. Tatsächlich. Aber ich war sowieso planmäßig in der Diät, aber vielleicht hat sie sich ein wenig intensified in den letzten Tagen. Ich werde planmäßig mit 83 Kilo ausschlagen. Okay. Na ja, da bin ich drunter. Ja, dachte ich mir fast. Ich denke, ich werde der schwerste sein. Ne, das glaube ich nicht. Findet sich immer einer. Wir können ja mal vor Ort mal argumentieren, dass das mal irgendwie ausgeglichen wird. Wir werden alle auf 90 Kilo gebobbt. Achso? Ne, das ist nur ein Vorschlag, keine Ahnung. Ne, das wäre gut. Gut, musst du hoffentlich bei niemandem was rausschneiden. So, sie sitzen hier das einfach aus, das Practice, ne? Gut. Ah. Joa. Läuft offenbar alles nach Plan, wenn keine Nachrichten kommen. Oder absolut Katastrophe und keiner Zeit. Mit vollem Tank ist der Porsche hoffentlich... Ja, der Porsche wird scheiße am Ende jetzt, den ganzen Stint. Das kommt uns entgegen, hoffe ich. Oh, mehr Bewölkung. Ne, hör auf jetzt. 0 kmh Wind. Ne, da passiert nichts. Ach, Vyldo, läuft doch. Ist doch alles gut. Bisher ist geklappt. Zeit noch ein bisschen manuell. Das LFM ein Stück weiter. Ne, ich meine, es ist auch keine Setup-Klicks hier. Das fuhr ja vorhin. Das fuhr ja. Ah, würde auch wieder fahren. Ja. Ich denke auch. Das wird. Ich habe nur einen Klick Rake rausgenommen. Können wir auch zwei machen. Ne, 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 ne. Fang jetzt nicht so an. Na gut. Du wirst auf jeden Fall ein Übersteines Auto haben. So wolltest du es ja. Ja, geil. Ich habe das schon gesehen. Letzte Kurve zum Beispiel. Da fährst du in Spitze rein, gehst in den ersten und lässt ein bisschen mehr rollen. Und klar, dann brauchst du ein Setup, was alleine mehr rotiert. Und ich mache das halt irgendwie mit so Bremsakrobatik irgendwie, dass er sich da anstellt. Ja, sag mal so, wenn ich das gescheit treffen würde, würde ich das auch mit Bremsen machen. Aber das artet halt immer mal wieder in der Skill-Show aus. Ja, im Rennen hast du halt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist normalerweise der Punkt. Wenn das nicht ist, hat Käse. Ja. Und nochmal drei Minuten. Fast Track 1 kmh Wind. Ne. 59% Wolke reicht. Add Up. Verkaufen wir die Setups? Da fragt einer, ob wir das machen. Können wir eigentlich machen. Machen wir ein Aston, Aston, Nils, Niklas, Starterpack. Und Basti. Und rett Welten. Wir denken über das, Amadeu. Aber ich denke, ich meine, das Auto sieht gut aus, wegen der Minus 40 Kilos. Also ich bin nicht sicher. Free Setup wäre es. Ja, können wir ein Free Setup machen und die Runden freigeben oder so. Wollen wir das mal? Das können wir mal machen. Lass mal einfach mitlaufen, Popometer. Ich will mal nachher vergleichen, ob wir... Ah ne, jetzt haben wir ja unterschiedliches Auto jetzt gelönt. Hätten wir im ersten Rennen machen müssen. Das kommst du nochmal davon. Mal im nächsten Rennen machen. Nächstes Rennen ist Barcelona, ne? Äh, ich... Keine Ahnung. Oh, ich hoffe nicht. Da bin ich in Krise... Naja, die... Die schnellen Runden können wir mal irgendwo teilen. Im Public Team oder so. Ja, ich will auch keinem die Sales kaputt machen, wenn ich jetzt das Setup umsonst rausgebe. Das ist ja wieder... Upsi. Ja. Auch Dreck. Ist ja auch dein Geld. Gell? Die 10 Cent, die Popometer kriegt von dem Verkauf. Ja, super, Michi. Michi, Michi, danke dir. Freut mich. So, welchen Reifen willst du denn? Alle sind neu. Geil. Ich bin irgendeine Primzahl. Primzahl? Keine Ahnung. 17 einer? Ach ne, wir haben nur Tireset 1. So, so, den Thema dann. Danke. Ist auch eine Primzahl. Danke für nichts. Mhm. 30 Sekunden. Ja, denn? Äh, dann lasse ich mir mal hier eine Berechnung geben vom Setup und drück Drive. 20 Sekunden. Ich bin gespannt. Ja, Lambo. Ferrari. Äh, ja. Ferrari ist gut, der kann nix machen, ne? Ja, für alle anderen Autos. Ja, aber nur der Porsche nimmt uns ja erstmal in Position. Nach vorne müssen wir ja erstmal gar nicht. Müssen wir nur nicht noch weiter nach hinten fallen. Ja, hinter Porsche steht noch ein Audi. Ja. Ja. Ja, ist aber noch eine Reihe. Das wird schon passen. Andere, das Problem ist höchstens, dass ich ein bisschen älter bin. Ah ja. Du bist Breakboost noch eigentlich gewohnt. Ja, das Breakboost, aber das Loslassen, das dauert zu lange bei mir. Mensch, Mensch, Mensch. Hast du noch nicht auswendig gelernt hast, wenn die ausgehen? Ja, weißt du es von P14? Nö. Aber deine Erfahrung hätte sein können. Ja, ja, meine Erfahrung beschränkt sich auf Polen. Ich kann mich noch sehr gut an Platz 3 erinnern. Und Platz 1 nach drei Kurven, aber ja. Ah, nee, das war ein schöner Tag. Ja, das könnte man mal wiederholen. Ja, mach mal, jetzt bitte. Mhm. Nee. Könnte eben nicht mehr reinfahren, wenn ich wollte. Ja, ich wollte mal ein bisschen das Blaue von der Oberfläche kriegen. Ja, ich wollte ihn. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Michael, das ist immer alles gleich, sowas. Wir fahren auf jeden Fall das gleiche Auto in allen Belangen. Und das Brakeboosten auf der Warm-Up Lab könnte helfen. Das Brakeboosten ist, um die Bremsen warm zu machen. Und von den Bremsen zieht es in die Reifen. Und dann sind die Drücke schon mal ein bisschen besser da. Darum geht es. Ja, nicht so leicht in der Kurve. Okay, jetzt schlimmer sein können. Is that a freeride? Moin noch für wie weit? Was hast du denn? Oh, schönes Ding. Atmen. Nein, 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 nein! Hört doch auf reinzufahren! Nein! Oh Gott, Jungs. Wo wird zu dem Thema dann? Oh, die wurden so langsam, Mann. Scheiße. Joa, Undercut bei 20. Mann, ey. Ja, das ist zu langsam hier alles. Scheiße. Wie viel Schaden haben wir? So, 10. RF. So, nicht mehr so viel zu verlieren, ne? So, ich hab's! Autos auf der Richtung. Utel auf der Richtung. Autos auf der Richtung. Utel auf der Richtung. Schau mal auf der Seite. Schau mal auf der Seite. 29, ey. Hat denn der Porsche das eigentlich überlebt? Oder ist der auch tot? Ah, fuck. Haben wir den auch noch getötet. Dann kriegen wir auch noch eine Penalty wahrscheinlich, wa? Aber war ich zu schnell? Guck dir das mal an. Guck dir das. Guck dir das. Ach, Digga. Aber ich glaube, der Damage ist nicht so schlimm. Boah, Jungs. Ja, boah. Ja, ich glaube, der da ist nicht so schlimm. Karte auf der right. Karte auf der right. Karte auf der left. Ja, brauchst du auf die harte. Na, klar. Over-under in Dunlop. Good luck. Ich würde sagen, das Auto rotiert mit dem Schaden. Oh, ich rede mit dir die ganze Zeit. Hatte mich aber gemutet. Ah, clever. Ich hab schon gedacht, du bist ein bisschen sauer. Bin ich auch. Ja, fuck. Sind die da alle langsam geworden vor mir oder war ich einfach zu schnell? Ja, ja, der BMW war super langsam, dann musst du mir jetzt weiter unterbrennen, als sonst. Dann bist du Nils rein und alle nicht. Das ist genau, was ich meinte, ne? Dass du vorne so ein paar Leute hast, die ja nicht hingehören und dann wird das Tempo so runter. So richtig weit weg, ne? Ja. Ich glaube noch 50 Minuten. Wie viel Schaden haben wir? 10 Sekunden, aber ich merke es nicht so richtig bisher. Also reparieren lohnt sich nicht. Noch mal Top 10 als Ziel. Ja, das sollte okay sein. Naja, das rotiert besser. Es passt gut. Das ist das rotiert. Das geht nicht so richtig. Das ist das rotiert. sehe ich auch so sind die zeiten vorne die auf 1 ist 53 5 sonst ist der einzige in den 53 an aktuell Felix 53 9 hat keiner so wirklich schnell ja es war hier mal durchflügen auf geht's ich bin auch so ein idiot du hast ja keinen neuen reifen aber klar vielleicht wird es trotzdem freie Fahrt ja er blinkt schon finde ich gut danke ja stimmt danke danke der nächste auch ich dachte so schnell wie Busby sind wir also das Problem ist nur erst in t3 da ist ein kleines so schnell so schnell so schnell Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eher schlecht, aber nicht genug, um zu reparieren, würde ich sagen. Geht so aus, ne? Ich meine, jetzt sind es auch nur noch 23 Runden. Ich kann meine Track Position nur behalten eigentlich und hoffen und zu Tode kämpfen. Geil. Ja, hat gut angefangen. Fiel nicht so lange. Ach, stark angefangen, stark nachgewiesen. Hm. Ich würde sagen, die Barriere nutze ich nicht. Nee. Kommt im Zweifel aufs Gleiche raus und dann bist du aber dahinter. Ja, Noah ist auch kurz davor, sich die Strafe zu holen. Ja, ich würde sagen, die Barriere nutz. Nee. Nee. Okay. Nee. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Positiv, wir können ein bisschen später bremsen Positiv, wir können ein bisschen später bremsen, aber langsamer sind Ja Positiv 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 Ja, tut mir leid für dich Ich freue mich jedenfalls aufs Bier, was ich in sieben Minuten trinke Ah ja Oder soll ich länger ziehen, je nachdem was sie dahinter machen Was macht er? Er hat ja völlig verpasst seinen Punkt Alter, das ist so ein typischer Noah, es ist unfassbar Ich bremse ja nicht zu früh Ja, glaube auch Er hat es aber nicht geschafft, weitere Damage zu verursachen Einfach hin Ich habe es ja schon gesehen, wenn er schön von der Bremse Noch mal fünf Sekunden gezogen Könnte vielleicht was bringen für uns Hat er die direkt bekommen gerade, oder? Ja, die hat er vorher schon gehabt So Ja, sind sie Da sind sie Ah, danke Das wirst du bereuen Nee Auch die Haube offen Mach mal so Es muss der andere nur noch schlimmer treffen Wie viele Positionen gibt es in den Punkten eigentlich? Absolut keine Ahnung Ich investigiere Ich habe es in den Punkten Ja, das ist ein Tor. was ist die strafe wenn man kein fahrer wechselt nicht abgesetzt und stopp der gewinn man nichts ich meine so post race aber ja zu viel wahrscheinlich also so ja weil wir sind 12 dann ich weiß nicht wie viele schon gestoppt haben von denen da hast du das halbe feld schon okay ungünstig das beste müsste sein positionen zu halten ohne zu falten zeit mäßig wir haben 33 sekunden ich habe mir jetzt eine sekunde lang aber ist es nicht glaube ich ja zum scrollen habe ich leider nichts gefunden in der see kriegt man aber extra punkte für ein nuller Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. auf tivo der hat wohl nicht euer set der ausgelt ist schon die linie ich wollte keine off-tracks mehr der kollege für dich zumindest nicht im bmw kriegst du immer fragt mich warum er macht sinn rein zu fahren dass du wieder parken kannst vor den anderen oder das kommt gerade auch muss mir das neue raus kannst du selber entscheiden na ja es halt nur wenn die hinter uns schneller sind dann fahren sie jetzt gerade vorbei wenn sie alleine sind wenn wir im weg stehen nicht das ist absolut korrekt zumindest ein lamm war zehn sekunden strafe ja merkt schon dass kein bock komisch warum nur fertig gut müssen die da auch mitten in t2 stehen bis dahin war ja noch was drin man ich denke es wird auch so machen jetzt rein zu kommen ok meinst du dass sie um 40 kämpfen ja ich denke schon ich würde nichts mehr wundern ja gut ausgewählt bist du schaden habe ich ausgemacht ist auch nur bodywork ich das richtig sehe ah ne ja doch 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 nobody work das recht bei mavix läuft es auch wie ich höre ja das ist schön dass den spar ich hier mal aber abgesehen von den crashes ja 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 abgesehen von der position gut das sind sehe ich ähnlich ja gucke ich mir gleich noch mal an so ein pack man so gut am anfang oh nein hier sind die holpa das passt ja 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 hat mich gefreut das war mir jetzt noch ein bier ich würde die break bei es da lassen ja das ist ja alles kaputt was nicht gefragt es ist ein modern hell was auch immer das ist ein local hero ich habe mal ein kraft bier hier von um die ecke geholt ich muss das t shirt wechseln der nächsten ist ein bisschen eklig am exit so sind noch ein paar vor dir in der box gerade mal schauen vielleicht kommen wir noch irgendwo vorbei ich würde es mir wünschen flo aber sollte nicht sein zwei teamkollegen hinter dir guck mal top 20 zum greifen nah wir müssen die anderen ja nur in penalties zwingen die wingman spielen für unsere jungs ja ja ich denke sie sind ein bisschen schneller 45 4 letzte runde 45 54 45 4 das bier knallt waren zwei schluck da ja 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 hey raver ja wirklich chaos rennen also prost man kann keinen alkohol trinken mit bmw shirt insofern auf aus auf euch und auf vier bessere rennen die folgen kreer eena to find them with the mouse yeah very but thank you Ja, ich glaube, das müssen jetzt vielleicht lernen, dass jetzt alle erstmal noch in dem ersten Rennen, wie das ist hier, wenn man da Reverse Grid macht mit 10 richtig schnellen und 5 nicht so schnellen oder so. Aber erstmal müssen wir uns das reingucken, erstmal müssen wir uns das angucken, weil der Start war eigentlich, das war, eigentlich war es gut. Eigentlich war das alles gut. Schauen wir mal hier, wo waren wir? Ein bisschen weiter vorne vermutlich, ne? Da sind wir. So, Minute vor, Minute vor. Ich fand den Start gut. Ich fand den Start gut. Es lief eigentlich, hat guten Reflex auch hier für mein Alter. Und jetzt kommt der, der ersten kommt ja jetzt hier richtig zum Ende der Geraden, ja? Guck mal, da kommen wir, saugen wir uns richtig ran hier an alle. Aber erstmal, haben wir gar nichts mitgewonnen, aber trotzdem. Ja, hier war es schon eng. Jetzt bin ich gespannt. Oder? Sorry. Ich will ein bisschen weiter höher gucken. So ist besser, glaube ich. So, hier richtig Schwung mitnehmen und dann... Guck mal, Jungs, das, also was jetzt kommt, ne? Das ist frech, risikoreich, aber ich wusste auch, guckt mal da oben am Bild, ja? Da kommt Straße. Da kommt Straße, ich wusste das. Deswegen hab ich mich mal hier daneben gesetzt. Das war eigentlich gut bis hier, ne? Wir haben echt was gut gemacht und dann... War ich ja vor allem, war ein Single-File hier. Deswegen dachte ich, jetzt gibt's eigentlich kein Problem mehr, weil... Single-File fährt ja dann auch keiner mehr langsam. Aber offenbar doch. Und der Porsche hat ja auch so viel Platz eigentlich. Ja, aber die stehen da einfach davor. Die stehen einfach. Ich kann nix machen. Ne, ah, der Porsche ist weitergefahren, wenigstens. Oh Mann. Ah, der Rejoin war jetzt auch nicht vom Feinsten, ne? Aber haben alle aufgepasst, glaube ich. Ja, shit. Da war's schon passiert hier, ne? Ja, hier. Ja, ich will nach innen, ne? Ich will nach innen, weg von dem Lambo. Und dann haut er mich da... Ja, er schubst mich da halt rein, ne? Aber er konnte's nicht sehen. Er wusste das gar nicht von der Situation da. Klar, hier kann er was sehen, aber... Wo soll er... Ja, aber er fährt halt auch nicht innen, ne? Wenn er innen fahren würde, trifft er mich halt auch nicht. Das ist halt auch schwach dann. Kann auch mal innen sein dann, wenn man too wide ist. Ich geb ihm genug Platz. Guck mal, also da passt noch ein Auto hin, ja? Und er fährt halt ein... Ja, er kriegt die Kurve nicht. Er kriegt sie einfach nicht. Mann. Ja? Wenn er da innen fährt, dann passiert gar nix. Dann passen wir da vorbei an dem Lambo, ja? Scheiße. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was er wollte. Das Ding war gegessen. Ich war eigentlich da durch, ne? Aber ja. Klar, kann er nicht sehen mit dem Unfall. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob die DT hat er da, glaube ich... Ja, doch. Der hatte ja die DT auch schon, ja, ja. Ja, ja, richtig. War also völlig unnötig, ne? Sein Rennen war gelaufen mit der DT. Warum muss er da in so einen Fight gehen, ne? Und unser Rennen komplett beenden, also. Ohne das Ding wären wir echt noch ein ganzes Stück weiter vorne. Das hat jetzt echt viel Zeit gekostet, ne? Jede Runde über eine Sekunde. Wenn wir jetzt mal durch den Sektor kommen, dann sind wir da wenigstens noch 15. oder sowas. 20 Sekunden abziehen oder sowas vielleicht, ja? Na, sagen wir mal 15, 20 Sekunden abziehen, dann sind wir mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück Top 10. Und wir haben noch ein schnelles Auto, hätten wir ja auch noch gehabt. Wir hätten die ja dann noch ein paar überholen können. Also, es war noch nicht vorbei, ja, eigentlich. War es dann halt erst, nachdem wir da in den Lambo rein sind. Schade. Das ist Arma Mentario. Oben links müsste auch manchmal so ein QR-Code kommen oder so. Ja, Basti fährt auch 55, 4 letzte Runde. Otoki 5, 55, 5. Ich habe gerade mal gerechnet, ne? Ohne die, ohne die über 20 Sekunden, die wir jetzt einfach durch ein langsames Auto verlieren, wären wir halt irgendwo doch noch Top 10 und hätten dann noch ein schnelles Auto. Hätten wir vielleicht noch was anstellen können. Ja. Was die auch überfordert mit unserem Ding hier. Naja, 54, 8 hatte er. Ja, ich glaube, das war ich nicht mehr. Du musst nur sein Glauben. Okay. Glaub, glaub, doller. Ich habe mir auch gerade nochmal angeguckt, den Lambo mit der DT, der uns da abräumt, der hatte innen auch noch einen Autoplatz, ne? Ich habe es gesehen, der hat ein bisschen was verkackt. Ja, so mehreres in Reihenfolge. Schade. Ja, der Aston, oh, falsch. Ja, ja, der Aston war schon stark, aber ich meine, im ersten Stint sind wir ja mit dem Porsche gerade so mitgekommen, ne? Oder Niklas mitgekommen, ich habe ihn dann eingeholt. Aber ja, ich denke, wir waren, wir waren auf dem Papier schon das stärkste Auto hier. Ich denke, das stimmt soweit. Okay. Okay. Ich denke, das ist das einfach, was wir machen. Okay. Und bitte, okay. Ich denke, das ist das nicht, ja. Also, ich denke, das ungeliebte. Aber das ist das bliebte. Also, ich denke, das nehme, ist es das einfach, was wir Buenos-GerINS. Was wir jetzt behandeln, das ist das? Das war meine, was wir führen. Und desto, ohne jemanden, das nicht wirklich, wozuverläuft. Und zwar Mesen, was wir zeigen, was das? Und zwar, es ist das auch geradeater. Gefährlich, dem Armgear hier zu folgen. Ja, es gibt immer noch Outline. Das Feintuning muss noch kommen. Das fällt jetzt halt über die Woche auf. Das einzige Ding ist halt, die Wochen sind recht kurz. Und irgendwas, was mal schief ist, ist dann wirklich schwer zu korrigieren in der Kürze der Zeit, bis es mal auffällt. Weil du musst ja auch immer erstmal ein Feld haben, was sozusagen schnell genug ist, um sagen zu können, ja, hier ist ein Auto wirklich schneller. Aber naja. Verdammte Axt, ey. Ja, jetzt gucke ich nochmal im Regelwerk, ob irgendwo Punkte stehen. Wäre ja schon auch interessant. Übrigens, wer will, wer will, wer hat noch nicht Porsche Setups. Link oben in der gepinnten Nachricht. Und sonst auch in eigener Sache noch Channel Membership. Die Determined Student. Da gibt es jede Menge Coaching Sessions aufgenommen und für jede Strecke einen extra langen Guide. Englisch. So was wollte ich gucken, die Regeln. Scoring. Kein Scoring. Nice Penny Scoring. Steht nix. Steht nix. Ich finde die Regeln nicht. Wo findet man denn die Regeln hier? Scoring da. Nee. Hm. Ah, okay. Aber weißt du es aus dem Kopf? Bis wie, wo, bis wohin man Punkte kriegt? Alle Positionen oder? Mann, 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 Mann. Hätte ja auch mal klappen können, ha? Alle, okay. Also jede Position zählt in Sachen Punkten. Gibt es auch was für Pole Position und Fastest Lab und so? Weil Fastest Lab hätten wir jetzt glaube ich auch zweimal gehabt. Pole Position hatten wir auch. Das wäre nochmal so ein bisschen ein Wermutstropfen. Ah, PN. Ich gucke. Danke dir, Maurice. Da ist er. Ah, ja. Also. P1 ist 70 und P20 ist 31. Was? Ja. Also ist nicht so steil die Punkte. Wir kriegen hier immer noch fast die Hälfte der Punkte vom Sieg. Oh, easy. Also Average Finishing Position hier ganz wichtig. Haben wir auf jeden Fall richtig gut gemeistert. Sind noch acht Minuten, Vorsicht. Was? Ich soll da vorne mal ausschieben. Oh, René ist jetzt auch heiß hinter dir. Ich gehe da mal ins Voice und aktiviere das Soundboard. Alles klar. Moment. Erinn, komm im Auftrag. Oh nein, nein. Komm, geh weg. Hier ist voll was angesagt. Kann ich nicht schieben? Ich habe noch einen. Dann gehe ich wieder. Einen habe ich noch. Rückverschalten, danke. Hat gewirkt. Ich glaube, Huben fährt so viel, der hat nicht jede Tabelle im Kopf. Ja, also der BS-Plus-Chef Florian Haasbach sagt auch, du sollst dir mal Mühe geben. Da sei noch was im Auto. Das ist bestimmt noch ein Ersatzseiler, oder? Ja, genau. Kannst du mal testen, wie weit du hier gehen kannst, T4. Ohne Cut. Ja, guck mal mal. So, dann gehen würde ich sagen. Ja, dann Freifahrtschein. Lass, ich weiß, aber ich höre gerade das Soundbop bei mir an. Das Spacken. ties Okay. Ich finde geschehen. numb sind alles so sehr酷. Dass die Amada Und dann gehen, Entschlug, es ist fertig. Sie noch noch vier Runden. Dahinter lauern leider direkt noch drei. ... Musik Diese Soundboard ist so verlockend, ne? Super Wir gucken uns mal einfach unseren Livery ein bisschen an, ne? Ich drehe nochmal die Grafik hoch jetzt, dass wir es nochmal ganz in, in, in schön sehen. So, besser wird's nicht. So, besser wird's nicht. Ja, diese, äh, Jungs, diese, ähm, diese Craft-Biers, ne? Die sind immer an der oberen Grenze mit den Prozenten. Wunderbar. Aber sehr lecker. Ein, ein Modern Hell. Revolutionary Beer from Germany. Crew Republic. Local Hero. Na, wenn das nix ist. Nathan Helles, kein Pay-Alt. Ich hab extra mal was Lokales genommen, weil ich hab schon tausende Pay-Altes getrunken. Ja, ja, ach so. Ja, ja, richtig. Die sprudeln. Die sprudeln überall. Ja, guck mal, doch nur noch eine. René wird schon nervös, der vergeigt's jetzt. Hat auch keinen Druck von hinten. Ja, guck mal, doch nicht. Oh, 14 ist viel. Ja, das ist ja, das ist ja selbst ein starker Wein, ne? Ja, okay. Ja, okay. I mean, we getrun kann. Okay. Harzer Roller habe ich auch, aber das ist immer für den Hund. Als Leckerli, die kann man gut verstecken und dann kann sie Fährten aufnehmen. 992 als Stammkoffer, ja dann müssen wir mal mit Flo sprechen, ob wir den Porsche in LFM Pro Series fahren. Oder ob wir da wieder BMW fahren, das ist ja so semi-offizielle Liga, da ist eigentlich BMW angesagt. Aber ja, das andere Ding ist mit dem Porsche, ich mache die Porsche Setups ja... Was machen die denn? Oh Gottes Willen! Was war das denn? Was war das denn? Ja, ISP 18, ne? Ja, aber das waren nochmal Punkte, also richtig Punkte. Also, da haben wir jetzt nochmal Jackpot gemacht, das sind nämlich dann 33 statt 31. Das ist am Ende kriegsentscheidend, so. Verdammt, ich weiß nicht. Ich mache die Porsche Setups, mache ich ja für euch stabil und so. Für die Pro Series sind die, glaube ich, nix. Da müsste ich also nochmal alle Setups neu bauen. Und, also nicht neu bauen, aber schärfer stellen, ne? Und, äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach, du Scheiße. Äh, ja, ich glaube, das gucke ich mir auch nochmal an. Aber gut vorbeigekommen, ich habe nämlich bei René geschaut. Du hattest einen Millimeter zu dem, der da gerade zurückkam. Das war interessant insgesamt. So, warum ist die Session schon zu Ende? Scheiße. Weil wir ja weit hinten waren, diesmal. Ach so, ja, macht Sinn. So, wo ist der Huben hier? Mal wissen, was die da überhaupt gemacht haben. Oh, Basti hat Todesdive gezündet. Aufm Körb. Hat er? Ja. Uh. Oh, ja, aber gut, ne? Ich meine, das ist auch wieder der andere, der dann sagt... Na gut, der war... Du darfst hier nicht diven, deswegen mache ich zu und dann knallt's, ne? Wenn er auflässt, hat er ja außen die bessere Beschleunigung und ist trotzdem vorne. Aber wenn er zu macht, stirbt er halt. So ist es dann. Die Leute checken auch nicht, was die bessere Wahl ist manchmal. Ja, ich bin da meinig. Nix. 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 Das ist so dumm einfach. Ich weiß auch nicht, warum man draußen geblieben ist. Er hat ja eine DT und warum fightet er um sein Leben? Dachte er, der kriegt die wegprotestiert oder was? Ja, vor allen Dingen hat er zwei Runden lang mit... Er war klar schneller als ich, aber er bleibt einfach hinter mir so. Als ob er in den Box zu fahren. Manche Entscheidungen sind hier nicht zu verstehen. Wahrscheinlich verdacht er, dass sie die dann vielleicht weggenommen wird irgendwann oder so. Aber du kannst dir eh ja nichts anfechten. Guck jetzt mir Basti in all seiner Glorifizität nochmal an. Ah, das ist nicht, wo er lang fährt in der Schikane. Das gehört schon bestraft. Das war eine ganz normale Linie. Er ist halt eine Autobreite weiter links als der BMW. Wie hat sich unseren Porsche draufgefahren? Nein, der Porsche, der ist langsam geworden. Ja, der lässt der Lambo vor mir auch. Ja, das Ding ist, wir haben zehn Sekunden dafür bekommen, obwohl da super viel Karnisch war. Ja. Wir sind auch einem hinten draufgefahren. Das gab zehn Sekunden. Egal. Basti hätte auch fast den Giga Rejoin gemacht. Und einfach komplett geblockt. Da dachten sie beide, sie kommen vorm Traffic wieder rauf. Oh, der Rejoin des BMW ist aber auch ein Deku-Wert. Basti hat aber noch echt kurz davor abgezogen. Der BMW hat sich auch gut überlegt und dachte... Ja, ich zue ich. Besser jetzt als nie. Drei und drei ist es konnte schon an. Ah, okay. Ah, okay. Wie sind die zustande gekommen? Ja. Und diverses. Diverses. Okay. Nee, wir sind in einen rückwärts stehenden Lambo gefahren, in den wir reingeschubst wurden von einem Auto mit einer DT, der nicht genug Platz innen gefunden hat. Plus Runde 1. Ja, plus Runde 1. Ich glaube, jetzt hätte er noch einen Porsche reingefahren, wenn ihr mir recht habt. Das hätte ich auch so viel da hinten reingefahren. Ja, hat Spaß gemacht, streckenweise. Das erste Rennen war toll, ja. Ja, es gab Positives. Hallo. Hallo. Das war kacke. Ja, es bringt es ein bisschen auf den Punkt, ja. Kurz zusammengefasst auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich da das richtige den richtigen Sound finde eigentlich. Was zahlt uns eigentlich das ersten Auto so? Das ist schon krass. Das will ich sich reporten oder so. Du wirst auch so langsam da. Ey. Da war ein BMW. Ich war wirklich so pissed, weil das genau in der SAO auch passiert ist. Es war wirklich, ich verstehe auch nicht, es war extra Single-Fahren. Ich dachte, boah, super. Hat richtig gut geklappt. Ja, boah, super. Erstmal reinfahren, ne? Schönes Überholmanöver gemacht davor in den Kurven mit, ja, interesting Moves. Und dann dachte ich, Single-Fahren, jetzt geht's vorwärts. Und dann wird irgendeiner stehen geblieben da in der Herpin. Wie gesagt, bei uns war schon der BMW da schon vorne langsam. Ja, der BMW ist stehen geblieben. Ja. Mein Paypal freut sich, ne? Maurice Frank von Rennwelten fragt, ob das Format Laune macht. Jein, sag ich mir. Stimmt. Ich glaube, es war uns zu stufeln. Ich meine, es wäre spannender gewesen, wenn wir uns wirklich hätten durcharbeiten können. Das wäre geiler gewesen, ohne die Unfälle. Aber in dem Feld ist auf jeden Fall noch ein bisschen was im Argen. Ja, da gab es in Renn 1 auch einen Porsche, der ist wirklich überall reingedivt. Überall. Ja, also, Herr Ellen hat auch gemeint, der muss von 20 Metern mir eine Dive setzen, in Kurve halten. Ja, der war in 6 Liter weg gewesen in T1 und auf einmal sehe ich nur, wie der immer näher kommt und auf einmal da hier die Corsa gelb wird. Ich würde sagen, das ist ein bisschen rake. Das ist bei Niklas, glaube ich, auch einmal in T1. Bin ja auch ein bisschen nahe gekommen. Ich hatte aber den Spiegel zum Glück noch nicht an. Ah, sehr gut. Ja, du hattest da ein Auto innen und ich dachte, ah komm, kannst du mal außen hinterher fahren. Ja. Ja, aber wir hatten echt einen Vorteil mit dem Schaden in T1. Das war 10 Meter später oder so, die Bremse. Aber es fehlten halt doch 10 kmh. Weil ihr weniger Top Speed hattet. Deutlich, ja. Das war eklig. Vorher sind wir ja immer noch in Wechsel gegangen vor der Schikane oder so. Das war jetzt nicht mehr nötig. Kurze Frage, Maurice. Kriegt Malinowski noch eine Strafe für den Dreher verweitet? Und eben hier, ne? 1FF für Moving Under Braking. Ja. Ja, und hier rejoin. Anze, rejoin. Das ist noch Potenzial. Das war auch ein guter Einstand für Sprout. Ja. Boah, Junge. Die haben aber auch erste Runde gleich mal richtig abgesahnt. Ja, in beiden Rennen. Ja. Ja? Ja. Wir können davon ausgehen, dass die anderen Strecken dem Porsche weniger liegen. Mit Seifenverschleiß und so. Oh ja, mein Nils und ich haben... Das erste Rennen war ja scheiße gewesen. Haben auch gedacht, okay, fuck it, das kann nicht schlechter werden. Und haben dann nochmal rumgeschussert. Im zweiten Rennen war es so gut gewesen. Also ich hätte, glaube ich, mit freier Fahrt am Ende bin ich 54-0 noch gefahren in der vorletzten Runde und ich hätte wahrscheinlich auch noch einen neuen fahren können, freier Fahrt. Ja. Da war so ein Ferrari, der mich ein bisschen aufgehalten hat. Schade. Ich dachte schon, ich sei schnell auf alten Reifen. Das ist doch vierzehntel, was ich... Hattest du Schaden? Ich hatte minimal Schaden am Heck. Das war tatsächlich ganz geil, dadurch Schumacher ist. Ja, das hatten wir auch. Das war besser. Auf alten Reifen weniger lupfen als im Training auf neuen Reifen. Aber ja. Unangenehm. Ja. Nein, ich würde sagen, Essen, Barcelona, minus 40, oder? Ja, safe. Also ist ja schon bekannt. Kannst du ja nachgucken. Ach so, ja, es hat gerade so gepasst. Wo steht denn das? Das ist schon wieder verpasst. Denn die Menü ist auf der Rennweltenseite einfach noch nicht. Habt ihr das eigentlich gesehen mit dem durchglitschenden Auto? Nein. Nein. Auto 2, 57. Ja, minus 40, Nils. Ja, das ist gut. Aber meinst du, es reicht? Also, ich glaube schon. Wir müssen mal gucken, wo Jardy und so beim SAO-Rennen war. Aber ich meine, da waren Essen irgendwo ungefähr gleich schnell wie... Ist nicht irgendwie Tastorino oder so. Ist doch, glaube ich, 07 sogar im Practice. gefahren. Irgendwas, eine 42, 7 gefahren. Der tagfütteste Wiederholung. Und das war kein Fahrer, wo man sagen würde, das wäre das Auto-Max. Ja. Aber Setup haben wir. Wie, Charlie? Jardy. Ach, Jardy. Der hat dann ja auch nicht trainiert. Da war ja Endu davor. Ja. Der hat da nichts gemacht. Ja, naja, naja. Ist jetzt nicht neu, die Strecke, ne? Nee. Das ist dann wahrscheinlich wieder einige Stunden brauchen, bis sie darauf klarkommen. Das war doch der beste Move, den du da hast, Niklas. Aber was ist das denn? Das war richtig gut. Ich möchte kurz erwähnen, der scheiß Lambo hat seine DT. Ja. Das war echt unnötig, ne? Dass der da auf Teufel komme raus. Noch alles verteidigt. Wir hatten auch so einen, der ist nicht in die Box gefahren. Hat da einfach alle aufgehalten. Ja, in Renn 1, ne? War der gleiche, nämlich. Der war einfach die ganze Zeit hinter mir, obwohl er noch schneller war, aber ist einfach nicht in die Box reingefahren. Können wir schon Punkte irgendwo abschätzen? Ich nehme an, der Porsche führt, ne? Die sind 8. oder 7. geworden jetzt im zweiten Rennen. Nein, Porsche ist noch so Führer. Malinowski war seit sehr weit vorne gewesen. Ja, die waren Vierter im ersten Rennen oder so. Ja, Bufi war, glaube ich, 1 und 11 gewesen. Wir fahren jetzt 5 und 8 oder 5 und 9, glaube ich. Ja, ACC ist echt Dreck, wirklich, ja. Am Ende ist ein, nee, am Ende ist ein ACC immer ein McLaren vorne. Machst du, was du willst. Am Ende ist ein McLaren vorne. Du saßt am ersten Meckermann nicht. Aber der erste Mal schon langsam. Ja, ja, ja. Das langsamste Auto. Das ist ein schwieriges Auto. Schwieriges Auto. Das auch. Dann sitzen wir hier im Porsche, ne? Kann nicht jeder fahren. Ja, habe ich gemerkt, dass das nicht jeder fahren kann. Wer hat jetzt 3 und 2 gewonnen? Ja, Leute, ich bedanke mich für das Zuschauen. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Ich schaue jetzt mal, dass ich noch ein bisschen mit LFM fahre die Woche. Donnerstag ist Kart-Event. Da bin ich nicht da. Und am Sonntag dann vielleicht LFM-Endo, Montag LFM-Duo. Also ist was los hier auf jeden Fall. Ich bin ein einziges Mal bei den Teller gefahren in den gesamten Abend. Du bist einmal den Merck hinterher gefahren, aber das war halt nicht so lang. Sehen wir uns in Kürze, liebe Freunde. Bis dahin. Aber zweimal überhole ich den Merck und zweimal überholt er mich wieder.